Arthur, die Wahrheit würde ihm furchterliche Angst einjagen. Willst du Harry mit dieser schweren Last in die Schule schicken? Das war ein Zitat von Molly Weasley. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Molly Weasley. Sie ist eine geborene Privet und geboren am 30. Oktober 1949 oder 1950 in England. Wir kennen sie als Mutter der Weasley-Kinder, Frau von Arthur Weasley und Mitglied im Orden des Phönix. Molly scheint ja ihr voller Name zu sein, also es ist keine Abkürzung. Und passenderweise heißt to Molly cuddle jemanden verhätscheln. Und ich finde, das passt ganz gut. Und Privet ist übrigens ein walisischer Name. Also möglicherweise hat Molly Wurzeln in Wales. Und da steht quasi übersetzt als Spitzname für jemanden, der klein, aber mutig ist. Hm. Wie passend. Hm. Molly ist klein und wird als eher plumpe Person beschrieben, wobei ich das immer so ein bisschen negativ behaftet finde. Ja, so pummelig vielleicht. Genau. Und sie hat ein freundliches Gesicht. Natürlich hat sie, wie alle Weasleys, feuerrote Haare. Und sie hat eben so warme braune Augen wie ihre Tochter Ginny. Und im Jahre 1995, als Arthur von Nagini angegriffen wird, sieht sie zum Beispiel abgemagert aus und hat viel blassere Haut als vorher. Ja, sie erholt sich dann die Jahre danach wieder, aber es geht auch an ihr nicht körperlich vorbei, dieser Krieg. Das stimmt. Und wenn sie böse wird, dann kann sie auch sehr gefährlich aussehen. Harry beschreibt es mal, dass sie aussieht wie ein Säbelzahntiger. Der hat immer gute Vergleiche. Ja, also Harry, der beobachtet die Umwelt sehr gut. Eine blühende Fantasie. Der kennt sich aus. Ja. Ihren Zauberstab kennen wir leider nicht. Ja, und ich finde das total schade, weil ich dachte mir so, naja, es wird safe einen Zauberstab geben, bei dem steht, ja, der eignet sich gut bei so Haushaltszaubern oder so, irgendwie, irgendwas, wo ich mir dachte, das muss Molly sein. Ja, gab's nicht. Das war kackenschwer, sich was zu überlegen. Ich habe mir überlegt, vielleicht ist es Lerchenholz. Das hat einen sehr angenehmen, warmen Holzton und die Stäbe besitzen einen Ruf, dem Besitzer Mut und Zuversicht zu übergeben. Wenn ein talentierter magischer Mensch auf einen Lerchenzauberstab trifft, dann erweisen sie sich oft als Dreamteam. Und passenderweise ist dieser Zauberstab, also das Holz, auch in dem Zauberstab von Celestina Warbeck. Und das ist ja die Lieblingssängerin von Molly. Deswegen dachte ich mir, na gut, dann ist es jetzt wohl das Holz. Und als Kern habe ich mir gedacht, Einhornhaar, weil es einfach am besten passt. Ihren Patronus kennen wir leider nicht und vielleicht kann sie auch einfach keinen gestaltlichen Patronus beschwören. Aber wenn sie einen hätte, dann wäre es vielleicht der Marder, habe ich mir überlegt, weil die Marder zur Familie der Wiesel gehören. Und leider genießen sie nicht so ein hohes Ansehen. Das ist das, was mich so ein bisschen hat stocken lassen. Aber es gibt so eine Fabel, in der so ein Marder einem Pfau zeigt, dass Schönheit vergänglich ist und falsche Eitelkeit und falscher Stolz einem nichts bringen. So wie zum Beispiel die Malfoys, weil Molly ist so das krasse Gegenteil von den Malfoys. Stimmt. Und Marder können eben auch jede Hindernisse überwinden und sind halt auch so Kämpfer. Die machen dann, wenn sie es in den Kopf kriegen, machen die alles platt. Und deshalb dachte ich, es ist nicht hundert Prozent cool, aber ein bisschen in die Richtung. Ja, ich habe mir überlegt, das könnte ein Bär sein, weil es gibt ja so Mutterbären, die auch sehr beschützend sind. Und aber irgendwie sehen sie auch so ein bisschen flauschig aus und nett und man möchte sie ja eigentlich kuscheln, aber die können ja auch ziemlich böse werden. Ja, stimmt. Ja, weil so Löwe und so, man sagt ja auch immer so wie eine Löwenmama, aber das finde ich ist zu herrschaftlich und zu sehr aufs Äußere. Ja, und die sehen schon so stark und sportlich aus und ein Bär sieht halt eher auch plump und unsportlich aus. Und gerade wenn man auch so einen dicken Braunbär oder so, die tolpern da immer so lang. Also ich finde das schon ganz gut. Weißt du, was mir gerade einfällt, als ich an Marder hier denke? Danke. Wir hatten mal drei Kaninchen bis gestern. Wie bis gestern? Die sind alle tot. Alle auf einmal? Ja, weil der Marder kam, der hat die geköpft. Nein. Doch, mein Papa hat einmal vergessen, den Shop dazu zu machen vom Gehege. Die haben so ein Außengehege, ja. Und normalerweise, also abends sperren wir die eigentlich ein, aber er hat es einmal vergessen. Und dann kam dieses eine Mal in zehn Jahren. Also wir haben seit zehn Jahren Kaninchen ungefähr, unterschiedliche. Und noch nie ist da was passiert. Und dieses eine Mal. Ihr hattet mal ein Kaninchen, das hieß Antonia. Ne, das war ein Meerschweinchen. Das hat doch sogar relativ lange gelebt tatsächlich. Ja, das ist ja krass. Ja, und das ist doch, die sind im Rage-Mode. Wenn die einmal im Rage-Mode sind, die Marder, dann geht's ab. Oh, Antonia. Aber Molly würde niemals ein Kaninchen umbringen. Natürlich nicht. Aber Bellatrix ist so strange. Ja, das stimmt. Mollys Irrwicht kennen wir. Das sind die Leichen ihrer Kinder. Oder eben auch die Leiche von Harry. Zu Mollys Kindheit wissen wir nicht so viel. Sie wird in die Familie Privet hineingeboren. Ihre Eltern sind auch reinblütig. Und sie hat außerdem zwei Brüder. Die heißen Gideon und Fabian. Ich glaube, sie hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich könnte mir vorstellen, dass sie zwar durchaus von ihren Brüdern so geärgert wird. Aber eben auch vor allem auch geliebt und beschützt. Und könnte mir auch vorstellen, dass sie zu Hause wahrscheinlich auch schon viel im Haushalt mithelfen musste. Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir aber auch gedacht, man weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge die Kinder auf die Welt gekommen sind. Und vielleicht war sie die Älteste. Könnte ich mir auch vorstellen. Und hat quasi dann ihre zwei Brüder immer so umsorgt. Und hat deshalb sich vielleicht auch immer was von der Mutter abgeguckt, weil die eben vielleicht auch schon gut war in Haushaltszaubern. Und diese Dinge, die man eben braucht, um eine Familie zusammenzuhalten und dass sie enger zusammenrückt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach wirklich diese starken Wurzeln haben. Weil Molly ist ja durchgehend so übertrieben familiär. Und das lernst du ja nicht einfach so, weil du sieben Kinder hast. Sondern ich glaube, das ist schon sehr verwurzelt in ihrer Kindheit. Was ich mir noch überlegt habe, wir kennen ja jetzt schon relativ viele Zaubererfamilien. Ich glaube, dass auch die Privats mit relativ vielen typischen Zaubererverurteilen gelebt haben. Also was Werwölfe angeht und Riesen und alles, was da so mit dran hängt. Also das hat Molly auch und deshalb denke ich, dass sie das auch von ihrer Familie einfach so übernommen hat. Also eine richtige Zaubererfamilie. Also Molly ist Zaubererfamilie in persona. Ja und ich glaube auch, dass sie wenig mit Muggeln zu tun hatten. Weil das ist so fern von ihrer Welt. Also wahrscheinlich sind die dann auch in einem Ort gewesen, wo es entweder wenig Muggel gab oder man sich von denen ferngehalten hat. Oder sogar so eine reine Zauberer-Community. Oder einfach so ländlich, dass die vielleicht die nächsten Nachbarn auch so weit weg waren, dass man mit denen auch nichts zu tun hatte. Zu ihrer Familie gehört später natürlich ihr Ehemann Arthur Weasley. Und die gemeinsamen Kinder Bill, Charlie, Percy, Fred und George, Ron und Ginny. Und es sind ja so viele Kinder geworden, weil Molly sich ja immer ein Mädchen gewünscht hat. Es aber immer nur Jungs geworden sind, bis dann endlich Ginny kam. Und damit war dann die Familienplanung beendet. Ach, es kam doch noch Harry. Stimmt, das Adoptivkind. Anfang der 60er Jahre wird Molly dann nach Hogwarts geschickt und sie wird in das Haus Gryffindor eingeteilt. Passt das? Was für mich auch irgendwie passt. Ich glaube, sie hätte auch ein guter Hufflepuff sein können. Aber sie hat ja doch irgendwie so ein gewisses Temperament in sich. So ein bisschen Feuer hat sie ja und das würde ich jetzt eher mit Gryffindor verbinden. Deshalb finde ich, ist sie einfach eine solide Gryffindor-Schülerin. Das stimmt vor allem, weil wir ja auch wissen, dass sie eine kleine Regelbrecherin ist. Wir wissen nämlich zum Beispiel, dass sie in ihrer Jugend einmal schon einen Liebestrank gebraut hat. Aha, da habe ich mich natürlich gefragt, hat sie den auch wirklich benutzt? Ich meine, das ist natürlich ein Unterschied, ob du den nur brauchst. Also ich finde so einen Liebestrank moralisch äußerst abwegig. Bedenklich. Super bedenklich. War der wohl für Arthur? Nein. Wir wissen es nicht. Ich glaube nicht. Sie lernt Arthur ja in Hogwarts kennen und lieben auch. Sie daten sich ja sogar schon zu Schulzeiten und wir wissen auch, dass sie eines Nachts gemeinsam sich aus dem Schloss geschlichen haben und natürlich dann erwischt werden. Beziehungsweise Arthur wird erwischt vom damaligen Hausmeister, während Molly sich gerade noch in den Gemeinschaftsraum der Gryffindors retten kann. Um vier Uhr morgens wohl bemerkt. Also ich finde schon ein bisschen Rebellion steckt in ihr. Ja, genau. Das passt dann ja wieder zu dem Gryffindor. Genau. Ich finde das immer ganz lustig, es einzuordnen. Das hatten wir ja bei vielen anderen auch gemacht. Und Molly war zu Zeiten in Hogwarts, wo The Wizarding World Größen wie Lucius Malfoy, Bellatrix The Strange oder aber auch Rita Kim Korn ebenfalls in Hogwarts waren. Also es ist alles gar nicht so weit weg und theoretisch kennen die sich auch. Theoretisch. Ja. Glaubst du, sie war gut in der Schule? Also eigentlich kann sie ja gut zaubern, aber ich weiß nicht, ob sie passioniert gewesen ist, um gut in dunklen Künsten, also Verteidigung gegen dunkle Künste zu sein. Ich glaube dann eher vielleicht in Richtung Zaubertränke und Zauberkunst ist sie bestimmt schon gut. Ich glaube auch einfach, dass sie andere Dinge im Kopf hatte. Ich glaube nicht, dass ihre Familie sonderlich auf Noten geachtet hat. Ich glaube, da war kein Druck zu Hause. Ich glaube, sie hatte von sich selber auch nicht die Motivation. Sie ist durchgekommen, das hat gereicht. Ich meine, ihren Kindern gegenüber macht sie ja schon auch oft Druck. Also von denen erwartet sie ja schon, dass sie gut in der Schule werden. Aber wahrscheinlich ja auch, weil sie sich für ihre Kinder oder vor allem ja auch für ihre Söhne ganz klassisch Karrieren wünscht. Und sie, als sie jung war, vielleicht selber schon das Ziel hatte, eine große Familie zu bekommen und da war ihr das vielleicht auch nicht wichtig zu arbeiten. Von daher war ihr die schulische Bildung für sie selbst nicht so wichtig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie nicht übertrieben gut in der Schule war, eben weil sie auch in der Schulzeit vielleicht schon genau diesen Plan hatte. Also mein Fokus liegt eher auf Familie und dieses heimelige Nest bauen. Und dann hat sie diesen Ehrgeiz gar nicht entwickelt, weil normalerweise ist ja schon so, wenn du sehr gute Noten in Hogwarts ablieferst, dann hast du ja meistens auch einen sehr guten Job. Also wir wissen jetzt von niemandem, der mega gut war, der, keine Ahnung, dann Bibliothekar in der Bücherei geworden ist. Also normalerweise ist der Weg bei den Zauberern ja schon ziemlich eindeutig, bist du gut in der Schule, machst du meistens was mit dem Ministerium oder so und bist du nicht so gut in der Schule, dann nicht. Richtig. Kurz nach der Schulzeit heiraten Molly und Arthur dann. Ich habe mir gedacht, dass die beiden eine sehr stabile und gute Ehe führen. Auch wenn sie sich mal nicht einig sind, sind sie ja dann am Ende doch ein Team und eine Einheit gegenüber ihren Kindern. Gemeinsam ziehen sie dann in den Fuchsbaum. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass Molly deutlich die Hosen an hat. Also ich glaube, sie trifft die wichtigeren Entscheidungen in der Beziehung. Oder Arthur ist einfach zu gutmütig, als dass er ihr häufig harte Widerworte gibt, sondern er lässt sich dann eher noch breitschlagen. Aber an sich denke ich auch schon, dass sie eine sehr angenehme und schöne Ehe haben und dass sie sich einfach gefunden haben. Es passt wie der Topf auf den Deckel. Glaube ich auch. Nein. Es passt wie die Faust aufs Auge. Das ist brutal. Es passt wie der Deckel auf den Topf. Es passt halt. Hat sie aufgegeben. Ja, das weiß ich nicht. Wie heißt das denn? Arsch auf Eimer. Ja, das ist alles so brutal. Aber ja, es ist wirklich Arsch auf Eimer. Ende 1970 kommt dann auch schon ihr erster Sohn, William, genannt Bill, auf die Welt. Ich finde es richtig cool, weil der Fuchsbau, den haben die ja offenbar irgendwie selbstmagisch gebaut, der wird ja immer größer, je mehr Kinder dazukommen. Ja. Weil die quasi für jedes Kind dann ein Zimmer sozusagen draufsetzen und kurz nach Bill kommt ja dann auch schon Charlie. Und kurz nach Charlie kommt dann eben auch Percy auf die Welt. Wieder ein Junge. Ja, der Fuchsbau wächst und wächst. Das wird ja wahrscheinlich auch der Grund sein, warum Molly damals nicht dem Orden beitritt bei dem Ersten Krieg. Weil sie sich eben ja noch um ihre recht jungen Kinder kümmern muss, die ja mitten in Kriegszeiten auf die Welt kommen. Sie ist ja höchstwahrscheinlich inaktiv dabei, einfach auch weil sie mit Arthur verheiratet ist und unterstützt natürlich solidarisch auf jeden Fall die Ordensmitglieder. Ja, allerdings sind ihre Brüder im Orden. Die werden allerdings im Laufe des Krieges von fünf Todessern unter anderem auch Anthony Dollarhoff umgebracht. Nach der Tod ihrer Brüder wird sie tief bewegt haben, aber sie kann es sich ja eigentlich gar nicht so richtig anmerken lassen, weil sie ja stark für ihre Familie sein muss und will. Also ich denke, da hat sie auch den Anspruch an sich selbst. Aber man weiß zum Beispiel, dass sie ja die Uhr ihres Bruders Fabian noch lange Jahre nach ihrem Tod aufbewahrt. Und das ist ja dann wahrscheinlich so ein Erinnerungsstück, womit sie eben so viel verknüpft, dass ihr Trost spendet. Weil so richtig, glaube ich, hat sie das nie abgearbeitet, weil es kam ja dann immer mehr Kinder noch dazu und es war ja eigentlich auch nie so ein richtiges Aufatmen. Das ist eigentlich schon sehr traurig. Ja, sie hatte auch gar keine Zeit für irgendeine Trauerbewältigung, weil sie immer für alle anderen da sein musste. Und du kannst dann auch nicht, wenn du drei, vier Kinder hast, zusammenbrechen und nur Trauer schieben. Das geht nicht, du musst halt funktionieren. Und das sind ja auch Tode, die kann man sich dann auch nicht erklären. Die passieren plötzlich und klar wissen die, worauf sie sich eingelassen haben. Aber das wird dann ja wahrscheinlich ein recht brutaler Tod auch gewesen sein. Und dann beide Brüder gleichzeitig zu verlieren und plötzlich ist man alleine da. Das ist natürlich schon echt übel. Aber sie gibt ja die Ehre ihrer verstorbenen Brüder an ihre nächsten zwei Jungs weiter, indem sie Fred und George Namen gibt, die mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beginnen, wie eben ihre verstorbenen Brüder. Also F und G. Und so erweist sie ihnen eben nochmal die letzte Ehre. Ja, allerdings hat sie mit Fred und George ja immer sehr viel zu kämpfen. Schon von klein auf haben die ja nur Flausen im Kopf, wie wir wissen. Und Molly hat öfter mal kleine Ausraster wegen der beiden. Außerdem sind die beiden ja auch im Vergleich zu den anderen Kindern bisher die mit den schlechtesten Noten. Also sie hat da mit Bill, Charlie und Percy ja auch drei Musterschüler auf die Welt gebracht. Das stimmt. Und ich glaube, es ist allgemein nicht einfach, wenn du so viele Kinder hast. Sie hat zu diesem Zeitpunkt fünf Kinder, alle hintereinander, so weg. Ja, die kommen Schlag auf Schlag und sie hat die ja vor allem, bevor die nach Hogwarts kommen, alle auch noch Homeschool-mäßig unterrichtet zu Hause. Dann sind die ja aber auch vielleicht auf unterschiedlichem Level und dann unterrichte mal Fred und George gemeinsam mit Percy im Grundschulalter. Ja, Prost Mahlzeit, ey. Ja, vor allem, wenn dann auch noch Ron kommt. Und wir wissen ja, dass Fred und George Ron ganz gerne auf dem Kieker haben. Ja, und Percy auch. Genau. Und dann hast du noch so eine neugeborene Ginny auf dem Arm dabei. Da musst du dann davon ausgehen, dass die einfach viel schläft, weil sonst, wenn die dann auch noch die ganze Zeit schreit, dann fängst du ja aus. Und sie hat ja keine Hilfe. Es ist ja nicht so, als hätte sie ein Kindermädchen oder noch eine Tante oder eine Schwester oder eine beste Freundin forever, die dann vorbeikommt und sagt, komm, ich nehme dir hier mal zwei Kinder ab, die kommen mal jetzt. Ja, und Ava ist ja auch die ganze Zeit weg. Und sie kümmert sich ja auch um Haus und Hof. Also ich meine, die haben ja auch irgendwie noch Hühner und Gnome im Garten und fast nicht alles. Ja, das stimmt. Sie leistet da sehr viel. Ich habe eine Situation im Kopf, da wollte ich dich was zu fragen. Und zwar einmal brennen zum Beispiel Fred und George, Ron mit so einem Säure-Lolli ein Loch in die Zunge. Und Molly bringt das natürlich zu Weißglot und sie verhaut Fred dann mit einem Besenstiel. Ich glaube nicht, dass es bösartige Gewalt ist. Und ich glaube, nein, ich glaube nicht, dass es bösartige Gewalt ist. Ja, aber Gewalt ist immer bösartig. Ja, aber es ist, glaube ich, weil das einfach bei Fred und George bestimmt immer ins Leere läuft, wenn du die tadelst. Das interessiert die doch nicht, was die da sagen. Nee, das interessiert die auch nicht. Und ich glaube, dass das einfach so ein hilfloser Versuch ist, ihre Jungs im Zaum zu halten. Ja, es ist absolute Verzweiflung. Weil sonst wissen wir ja, dass da Gewalt absolut kein Thema ist. Und wenn da mal einer so einen Schlag auf den Hinterkopf bekommt, ist das auch mal okay. Die sind ja alle nicht aus Zucker. Das ist ja auch nie bösartig. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen flapsig dahergesagt ist von Fred und George selbst. Ja, hoffen wir so. Oder, dass sie das erzählen. Ich weiß nicht. Und ich glaube auch, dass sie vielleicht ein bisschen übertreiben. Grundsätzlich ist Gewalt in jeder Form auf jeden Fall falsch und auch egal, wie schlimm die Kinder sind. Aber klar, für Molly sind die beiden auch irgendwo ja eine kleine Enttäuschung. Sie bekommt dann ja auch ständig Nachrichten aus Hogwarts, wenn die beiden mal wieder Blödsinn machen. Das hat sie vorher bestimmt noch nie bekommen, irgendwelche Beschwerden. Zum Beispiel haben die ja auch mal eine Toilette in die Luft gesprengt. Und eben ist es dann irgendwo schwer, Konsequenzen zu finden, weil du kannst die beiden nicht trennen. Es ist denen egal, wenn du denen nimmst, was die am meisten lieben, weil sie sich immer noch selbst haben. Und die sind kreativ. Die können sich mit allem beschäftigen. Die lassen sich ja auch irgendwo nichts verbieten. Also selbst wenn Molly sagen würde, ihr bleibt auf dem Zimmer, die würden eine Lösung finden, da rauszukommen. Ich bin mir ziemlich sicher. Oder wenn du sagst, okay, ihr müsst jetzt ein Wochenende im Schuppen verbringen. Wie Michel. Dann im Zweifel explodiert dann der Schuppen. Also du kannst sie dann auch nicht einfach sagen, ihr macht das jetzt mal. Weil da kommt dann im Zweifel was Komisches bei rum oder was Bescheuertes oder irgendwas geht kaputt. Oder irgendein Geschwisterkind hat plötzlich keine Haare mehr auf dem Kopf oder so. Also ich meine, du kannst sie auch nicht so richtig alleine lassen. Nee, natürlich nicht. Wahrscheinlich ist sie dann froh, als die beiden nach Hogwarts gehen, weil sie dann denkt, sie hat sie selber nicht mehr an der Backe. Aber dann kommen halt eben die ganzen Nachrichten aus Hogwarts und sie schämt sich halt voll, dass es ihre schlimmen Kinder sind, die da so viel Quatsch nur machen. Dabei sind das meine Lieblingskinder von ihr. Ich finde die auch am besten. Ich finde die sind am besten geraten. Aber ich habe mich gefragt, hatte sie nie den Wunsch zu arbeiten? Also ich meine, klar ist es schön, auch Mutter zu sein, aber es hat ja irgendwie kein Ende bei ihr. Natürlich ist sie, sagt man ja auch manchmal, sind so Frauen auch geboren, um Mutter zu sein. Soll es ja geben, keine Ahnung. Aber ich finde es total beeindruckend, was sie alles leistet und auch das, obwohl der Familie ja auch nie viel Geld zur Verfügung stand. Ja, sie kann ja Magie. Sie beherrscht ja zum Beispiel diese Haushaltszauber aus dem FF und so und sie ist ja nicht dumm. Also sie hätte auch dann spätestens, auch als Ginny nach Hogwarts gegangen ist, noch irgendwo was arbeiten können. Aber offenbar will sie ja auch gar nicht. Ja, aber da ist sie ja dann schon. 42. Genau, 42. Ja. Da kannst du doch schon nochmal ein bisschen was jobben. Dann fängst du ja nicht nochmal was an. Ja, aber jetzt keine große Heilerausbildung, aber die könnte doch irgendwas arbeiten. Sekretärin im Ministerium oder irgendwas. Oder in einer Gastro mit ihren Haushaltszaubern. Ach, ich glaube, das willst du dann nicht auch noch. Und dann willst du einfach deine Ruhe haben. Dann willst du einen Fuchsbau für dich haben und dir denken, es ist schön hier. Aber die hat doch dann gar nichts mehr zu tun. Ihr ganzer Lebensinhalt ist weg. Aber es fällt einem immer irgendwas ein. Was machen die denn den ganzen Tag jetzt? Ja, dann macht sie das Haus schön, dann macht sie den Garten, entknobt sie selber. Ist dann keine Strafe mehr, sondern das ist plötzlich cool. Dann hat sie vielleicht Zeit, mal wirklich zu stricken und nicht per Haushaltszauber stricken zu lassen. Vielleicht backt sie vielleicht, also was sie vielleicht machen könnte, so eine Backstube aufmachen. Ja, oder die macht so Catering. Die kocht doch auch super. Ich weiß es nicht. Die macht sich natürlich aber auch permanent Gedanken, auch wenn ihre Kinder eigentlich schon aus der Schule raus sind. Also sie beschäftigt sie ja auch total, was für Berufe ihre ältesten Kinder erlernen. Vor allem, weil Charlie und Bill ja beide eher gefährlichere Berufe wählen. Und davon ist sie natürlich überhaupt nicht begeistert. Aber ich meine, im Grunde weiß sie ja, dass Charlie und Bill glücklich sind mit dem, was sie tun. Und ich denke dann auch, dass ihr das dann auch wichtiger ist. Aber eigentlich wünscht sie sich ja tief in ihrem Inneren auch Ministeriumsjobs für ihre Sprösslinge. Und vor allem auch, dass die beiden so weit weg sind, das gefällt ihr natürlich auch nicht so gut. Gerade Bill ist doch auch ihr Erstgeborener. Das ist doch, Mütter sagen immer, ich behandle alle Kinder gleich. Aber ganz ehrlich, so das Erstgeborene, wo du als allererstes, also wo dieses Kind das alles zum allerersten Mal gemacht hat, das ist doch, bei Ron hat doch bestimmt keiner mehr geguckt, wann der gelaufen ist. Das hat niemanden interessiert. Bill hat wahrscheinlich noch so ein Babybuch, wo so drin steht. Das war sein erster Schritt. Hier hat er das zuerst gemacht. Das ging aber nur bis fünf, weil dann war so viele Kinder da, da ging immer weiter, war keine Zeit mehr da. Aber das erste Jahr ist bestimmt gut dokumentiert und bei keinem anderen mehr. Ja, das stimmt. Ja, und ich meine, natürlich behandelt sie auch eure Kinder unterschiedlich. Das geht ja gar nicht anders. Also sie kritisiert ja total viel an Bill herum und auch sehr viel an Charlie. Vor allem an den Frisuren. Wegen der Styles, genau, wegen der Haare, alles mögliche. An Charlie wahrscheinlich, weil er keine Frau und keine Kinder hat, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich, ja. Und dann verwechselt sie Fred und George. Und das finde ich völlig absurd, weil eine Mutter erkennt, selbst wenn die Zwillinge genau gleich aussehen. Du erkennst das. Aber ich glaube, das soll witzig sein von J.K. Ja, soll es auch, aber ich finde es trotzdem huiuiui. Ich finde es auch quatschig, weil es überhaupt nicht der Realität entspricht. Vielleicht, also für Leute, die Zwillinge selten sehen, da ist es natürlich schwieriger, weil du dann irgendwann vergisst, was dieses eine Merkmal ist, weshalb du wusstest, ah ja, das ist Roswitha und das ist Gisela. Und wie ich gerade nachgedacht habe in meinem Inneren, wie es da gerattert ist, wie diese Namen. Ein passender Name für Roswitha. Ich wollte nicht Zwillingsnamen nehmen von Zwillingen, die ich kenne, weil ich mir dachte, ist das vielleicht privatsphärend geschützt. Ja. Ja. Ja, und sie sieht sie ja ziemlich lange jeden Tag, deshalb finde ich es auch totaler Quatsch, dass sie das nicht auseinanderhalten kann. Das ist total absurd. Und dadurch, ich finde, das ist auch so, natürlich passt es auch zu dem Bild, weil es sind ja nicht normale Zwillinge, sondern es sind halt auch noch die Kinder, die quasi die schwarzen Schafe sind, zumindest zu dem Zeitpunkt, solange Percy noch in der Familie ist. Und da ist es natürlich nochmal extremer. So von wegen, die Mutter, die ihre beiden Kinder nicht auseinanderhalten kann, die ihr auch die meisten Probleme machen. Ich finde, das ist schon, ja, eine gewisse Art an Degradierung in der Familie. Ja, ein bisschen schon. Das sagen die Zwillinge auch hin und wieder mal so scherzhaft. Genau. Aber ich glaube, so scherzhaft ist es gar nicht gemeint. Ein bisschen Wahrheit ist da schon drin. Ja, und dann auch, merkt man ja auch ganz klar, die Kinder mit den guten Noten, die werden ständig belohnt. Also für jede Leistung, die sie erbringen, bekommen die ja auch irgendwas. Da bleiben die Zwillinge tendenziell auch auf der Strecke, klar, weil es denen auch nicht so wichtig ist. Ich finde, man muss ja jedes Kind auf seinem Niveau fördern. Und wenn es dann für die Zwillinge zum Beispiel bewundernswert ist, dass die irgendwie mal einen Monat ohne Strafarbeit in Hogwarts ausgehalten haben, dann kann man die ja auch mal dafür positiv unterstützen. Aber das macht ja auch keiner. Das stimmt. Also für was Gutes werden die eigentlich nie gelobt. Und dann ist es auch zum Beispiel so, Percy tut immer einen auf Ober beschäftigt im vierten Jahr zum Beispiel. Ja. Also in Harrys viertem Jahr, wo er gerade aus der Schule auch raus ist. Und wenn er dann nicht zum Essen erscheint oder wenn er dann da irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche ewig lang Aufsätze oder sowas schreibt, dann wird er dafür nicht gerügt. Aber wenn die Zwillinge wegen ihrer Experimente nicht aus dem Zimmer kommen würden, dann gäbe es aber sowas von Ärger, wenn sie nicht zum gemeinsamen Essen kommen würden. Also es ist so unverhältnismäßig. Und das finde ich immer so ein bisschen blöd, weil man schon sehr, sehr krass merkt, wer ihre Lieblinge sind. Ich finde nämlich auch, dass man es bei Ron so ein bisschen merkt, auch wenn ich nicht glaube, dass sie ihn nicht liebt. Aber der Horcrux bildet ja quasi nochmal Rons schlimmste Ängste ab und sagt dann, ja, du bist der Sohn, der deine Mutter am wenigsten lieb hat. Und ich glaube, dass es eine Mischung ist aus Rons geringem Selbstbewusstsein, dass er gar nicht irgendwie auf die Idee kommt, zu glauben, dass er eine hohe Position bei seiner Mutter hat. Aber ich glaube, ein bisschen Wahrheit ist da schon drin, weil sonst würde Ron dieses Gefühl gar nicht haben. Und es ist ja auch Tatsache, dass er sehr darunter zu leiden hat, dass er eben so viele Brüder hat, in deren Schatten er immer steht. Also an Bill kommt sowieso keiner ran. Charlie ist ein absolut cooler Dude. Percy ist so der Oberstreber, der irgendwie immer Top-Leistungen erbracht hat. Fred und George, okay, die sind aber wenigstens kreativ und lustig. Und Ron ist halt so, ja, und wer bin ich? Genau. So, und alle anderen kriegen immer Aufmerksamkeit für das, was ich eben gesagt habe. Und Ron fällt halt immer durch. Den nimmt im Zweifel keiner wahr zu Hause. Genau, ich glaube, wir haben es bei Ron in der Folge sogar schon gesagt, weil dann kommt ja auch noch Ginny zwei Jahre später nach Ron. Das heißt, auf Ron nimmt dann ja eigentlich keiner mehr Rücksicht, weil die Zwillinge totales Chaos veranstalten. Und Ginny beaufsichtigt werden muss, die kann nicht alleine sein. Und dann ist es auch noch das einzige Mädchen. Und dann ist Ron im Zweifel einfach nur so ein Mitläufer, der so still nebenher mitläuft. Ist ja jetzt nicht so, als würde Ron ständig um Aufmerksamkeit buhlen. Und ich glaube, dass Molly einfach vergessen hat, Ron hin und wieder mal in den Fokus bei sich zu setzen. Weil Bill und Charlie waren ja wahrscheinlich, als Ron, wie alt war, wenn er auf die Welt gekommen ist, die waren ja schon so selbstständig, dass die sich im Zweifel einen Toast hätten selber machen können und alles. Also haben die bestimmt auch. Ich glaube nicht, dass Molly viel Arbeit mit Bill, Charlie und Percy hatte. Also sobald die in ein gewisses Alter hatten. Das kam erst mit den Zwillingen. Genau. Und dann haben die Zwillinge immer so viel Kraft und Energie geraubt, dass Ron einfach hin und wieder zu kurz gekommen ist. Und deshalb hat er dieses Gefühl, und es ist ein bisschen schade, dass Molly nicht mitbekommen hat, dass ihr Sohn da emotional so ein bisschen abgedriftet ist. Und Ron hätte das, weil es Gott gebrauchen können, mit seinem Selbstwertgefühl. Ja, das stimmt. Und ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, ist, dass Molly sich ja immer eine Tochter gewünscht hat. Und als die ersten drei Jungs kamen, dann war das noch vollkommen okay, weil Großfamilie war wahrscheinlich eh ein Traum von ihr. Die ersten drei Jungs, ja. Dann kamen Fred und George als männliche Zwillinge und sie dachte sich schon so, oh, shit. Dann, ah ja, kommt noch ein Versuch. Dann ist es Ron. Und dann ist es wirklich so fast schon frustrierend, dass es noch keine Tochter ist. Also da ist ja schon lange kein Wunschsohn mehr, sondern man hätte sich einfach so sehr gewünscht, dass Ron eine Tochter ist. Und dann ist es ja fast schon eine Enttäuschung, als er auf die Welt kommt, weißt du? Und dann plötzlich so eine Ginny, die ihm dann ja total die Show stiehlt. Also er ist dann ja nicht mehr das Nesthäkchen, nicht mehr der Jüngste, sondern zack, wird er dann sofort auch noch von seiner jüngeren Schwester in den Schatten gestellt. Und Molly und Ginny haben ja bis zum Ende ja ein total besonderes Band, was die beiden verbindet. Und da kann eben auch Ron nicht mithalten. Aber auch die Zwillinge nicht. Und ich glaube, bei den Zwillingen Ron und Ginny, das sind die, die so ein Gruppchen bilden. Und dann Bill und Charlie. Und Percy ist so ein bisschen alleine, weil der ja so ein bisschen out of space ist, so ein anderes Temperament einfach hat, als der Rest der Familie. Ja, wahrscheinlich wäre es eigentlich immer Zweiergrüppchen. Also Bill und Charlie, dann Percy und die Zwillinge eigentlich, aber das passt halt nicht. Und dann Ron und Ginny. Und deswegen geht es halt nicht auf. Also das ist irgendwie so richtig, hat Ron da so seine Rolle einfach nicht gefunden. Ist ja ein bisschen schade. Ja, genau. Aber ich meine, wie gesagt, sie leistet unglaublich viel als Mutter. Und man kann nicht seine Kinder alle gleich behandeln. Ich glaube, das funktioniert einfach auch nicht. Und sie hat ja trotzdem es geschafft, dass aus allen ihren Kindern etwas wird. Sie hat allen ihren Kindern die richtige Werte vermittelt. Also ich finde, würde ich auch sagen. Man kann ihr eigentlich auch nichts grobes, fahrlässiges vorwerfen. Auch wenn sie die Zwillinge vielleicht mit einem Besen geschlagen hat. Vielleicht, ja. Molly weiß ja auch, dass ihr Sohn Ron ungefähr im gleichen Alter ist von dem berühmten Harry Potter. Und Harry scheint ja auch zu Hause bei den Weasleys noch viele Jahre nach dem Sturz von Voldemort ein Thema zu sein. Denn alle ihre Kinder kennen Harry und sind mit seiner Geschichte quasi aufgewachsen. Also er wird offenbar im Fuchsbau gefeiert wie ein Held, weil Ginny ja auch so eine ganz komische Groupie-Affinität für ihn entwickelt, weil er halt eben so eine Berühmtheit ist bei denen im Haus. Und deswegen fällt es Molly natürlich ganz leicht, Harry auch zu adoptieren als quasi siebten Sohn. Denn Harry ist für Molly ja auf jeden Fall so etwas wie ein Sohn. Ja, Harry und Ron werden dann ja auch zusammen nach Hogwarts eingeschult. Und im Grunde kann Molly sich ja auch denken, dass Harry im gleichen Jahr ist wie Ron. Und ich finde diese Szene da an King's Cross super merkwürdig, weil sie sich überhaupt nicht so verhält wie eine unauffällige Hexe, die zum hundertsten Mal eins ihrer Kinder zum Gleis bringt. Sondern sie redet dann so total laut über Muggel und dann wird sogar Harry ja aufmerksam und kann sich dann den Weasleys anschließen. Ich meine, klar, das hat er auch gebraucht, weil sonst wäre er ja total lost gewesen. Aber jetzt so im Nachhinein, wenn man sich so denkt, yo, das ist halt irgendwie das Normalste auf der Welt, dass diese Familie, die sie ja sowieso schon groß und auffällig ist, da langläuft, da muss man doch nicht so laut über so komische Dinge wie Muggel reden. Aber weißt du, das ist so dieser Moment, wo Harry in diese Familie integriert wird, finde ich, symbolisch. Weil sie ist ja dann total aufgeweckt und sagt, ja, klar, wir helfen dir, kein Problem, du musst hier durch die Wand laufen und lässt ihn vor Ron noch durch das Portal gehen. Und somit ist quasi Harry mit eingereiht in die Weasleys. Und das finde ich irgendwie cool. Ja, und ich finde auch, dass Molly in dem Zeitpunkt total empathisch ist, weil sie natürlich auch spürt, wie nervös Harry ist. Und sie rät ihm dann ja, ganz schnell auf die Wand zuzulaufen, als wäre das das Einfachste auf der Welt, wo ich mir so denke, später lehnen die sich einfach nur noch entspannt gegen diese Mauer und fluppen dann da so durch. Wie genau ist jetzt dieses auf eine Wand zulaufen entspannter und einfacher, als sich entspannt dagegen zu lehnen? Es ist einfach spannender. Um zu gucken, was passiert Adrenalin vor dem ersten Schultern. Ja, in dem Moment ist es natürlich auch noch ein bisschen absurder, wenn man auf so eine Wand zuläuft. Ja, im ersten macht das ja wirklich noch ein bisschen Sinn, dass man dieses Zauberrad, dieses sehr andere beschreibt. Deshalb finde ich es jetzt. Und für Kinder, also in einem Kinderbuch, das ist der erste Teil ja auf jeden Fall ist, finde ich, passt das auch gut, weil es ein bisschen irre ist. Ja, das ist schon witzig. Ja, genau. Ja, aber ich meine, in dem Moment müsste sie ja eigentlich auch schon blicken, dass es Harry Potter ist, den sie da vor sich hat, weil er ist in seinem ersten Jahr alleine auf dem Gleis. Also wahrscheinlich ist er ein Weise. Dann sieht er aus wie James Potter. Den müsste sie ja zumindest von Fotos aus dem Orden oder von Erzählungen her kennen. Ja, würde ich auch sagen. Also deswegen finde ich es absurd, weil er sieht ja wirklich den aus dem Gesicht geschnitten. Ja, aber ihr verklickern dann ja später erst die Twins, dass es Harry ist, dem Molly da geholfen hat. Und dann sind ihre Kinder ja total neugierig und wollen Harry ausquetschen. Das verbietet sie aber sofort, was ja auch sehr nett ist, weil es ist Harrys erster Tag. Sie kann sich denken, dass das alles sehr neu für ihn ist. Und dass sie da ihren Kindern so ein bisschen Zurückhaltung einbläut, ist ja sehr empathisch auch von ihr. Genau. Das ist auch das Jahr, in dem sie die Zwillinge nochmal explizit darauf hinweist, dass sie keine Eulen mehr bekommen will, indem man ihr sagt, dass ihre Kinder Toiletten in die Luft gesprengt haben. Dann fahren ja auch alle nach Hogwarts. Und dann denke ich mir mal, ist dann Funkstille erst mal so ein paar Tage? Ja, bis anscheinend. Also ich finde es eh komisch, weil anscheinend haben die ja irgendwie sehr, sehr selten Kontakt zu ihren Eltern, die Weasleys. Das glaube ich nämlich auch. Das klingt immer so, als würde sie nur irgendwas erfahren, wenn Dumbledore oder McGonagher hier schreiben, weil die Zwillinge irgendeine Scheiße gebaut haben. Ja genau, weil Ron erklärt ihr ja dann später im Schuljahr, dass Harry keine Weihnachtsgeschenke erwartet. Das ist ja dann nicht Oktober, sondern es wird ja wahrscheinlich, weil Ron ist ja jetzt auch nicht der Schnellste. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ron das dann kurz vor Weihnachten gemacht hat und nicht fünf Wochen im Vorhinein, sondern eben, ach ja, Harry kriegt keine Geschenke. Das erzähle ich Mama. Ja und vor allem, es ist ja jetzt auch nicht so, als würde Molly allen ihren Kindern wie Narzissa ein Päckchen schicken mit Süßigkeiten und dies, das Ananas. Sondern wenn, dann könnte ich mir auch vorstellen, schreiben die halt mal alle zusammen. Ja, wenn nie. Jeder legt so ein kleines Bergamentröllchen rein. Aber nur, weil Molly die zwingt. Vielleicht später, wenn Jenny in der Schule ist. Aber zu dem Zeitpunkt glaube ich noch nicht. Ja oder Percy organisiert irgendwie sowas aus, weil man das so macht aus Anstand quasi, nicht aus purer Liebe. Ron kommt nach Gryffindor. Das wird ja wohl irgendwer noch den Eltern erzählt haben. Ich meine, natürlich die ganze Familie ist in Gryffindor und wie wir schon gesagt haben, das was Ron macht, interessiert ihm letztendlich auch niemanden. Aber irgendjemand würde ihm das doch mitgeteilt haben. Oder nicht? Ja. Ja stimmt, du hast recht. Wahrscheinlich war Percy die ganze Zeit so ein Informant, der Kontakt zu Molly hatte, bis es Ginny, bis Ginny da war. Und dann war es Ginny. Aber so ein Percy-liken, sehr sachlichen Kontakt. Ja genau. Mutter. Wie so ein Zeitungsartikel. Ron ist in Gryffindor. Ronald. 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 Stimmt, der schreibt dann auch das aus. Ronald Billius Weasley ist nun ein Gryffindor. Dein Sohn. Dein letzter Sohn. Ronald Billius Weasley ist ein Gryffindor geworden. Wir haben ihm herzlich gratuliert. Ich als Vertrauensschüler. Hochachtungsvoll, Percy Weasley. Und Molly denkt sich so, ach wie toll. mein Herz platzt. Sohnemann. Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass da, weil eben Harry ja so ein Thema bei den Weasleys schon immer war, dass Ron auch durchaus wahrscheinlich stolz nach Hause schreibt und sagt, hey, ich habe das Bett neben Harry. Ich bin best friends mit ihm. Ginny, bist du eifersüchtig? Schreibt er noch so mit rein. Naja, aber diese Eule oder diese Nachricht von Ron darüber, dass Harry keine Weihnachtsgeschenke bekommen wird, super sweet. nimmt sie eben als Anlass, Harry ebenfalls einer ihrer berühmten Wollpullis zu stricken und sie backt ebenfalls als auch Kekse für ihn. In diesen Weihnachtsferien besuchen Molly, Arthur und Ginny Charlie in Rumänien. Und jetzt muss ich mal ganz kurz dazu sagen, ja, Ginny ist noch nicht in der Schule. Charlie arbeitet, dem ist es egal, wann die kommen. Arthur arbeitet, dem ist es egal, wann sie kommen. Molly arbeitet nicht, der ist es total egal, wann die kommen. Und dann müssen die genau an Weihnachten nach Rumänien, wo die ganze Familie endlich mal wieder zusammenkommen könnte. Die lassen ihre anderen Kinder alle in Hogwarts alleine Weihnachten feiern, weil sie sich denkt, ach, das ist der einzige Zeitpunkt, wo wir mal nach Rumänien kommen können. Vielleicht hat Charlie irgendwas Spezielles geplant, vielleicht ist das so ein Drachen-Event gewesen, was nur an Weihnachten stattfindet und wollte, dass seine Mutter, die ja gefährliche Sachen liebt, wie wir wissen, wollte, dass das auch seine minderjährige Schwester sieht. Nein, es ist wirklich Quatsch. Ich finde es echt krass. Die könnten jeden Tag fahren und dann verzichten die auf dieses familiäre Fest. da könnte ich mir fast schon wieder vorstellen, dass das so ein Auftrag ist von Dumbledore, damit Harry eben nicht allein in Hogwarts ist, ohne seine Freunde. Aber hätte Harry nicht sofort das erste Jahr mit zu den Weasleys gekonnt? Weil Dumbledore hätte das doch niemals verboten, weil Dumbledore doch, der kennt die Weasleys doch. Nee, verboten nicht, aber wahrscheinlich war das halt irgendwie so, die haben den einmal drei Sekunden gesehen und dann auch nur Molly. Ja, klar, weil Dumbledore auch so super empathisch ist und sich Gedanken um die Gefühle anderer Leute macht. Ja, ich glaube, also, ja, nee, weiß ich nicht, ob Dumbledore mit so viel zu tun hatte, aber auf jeden Fall kennen die sich ja auch selber erst ein paar Monate. Also von September bis Dezember ist jetzt auch nicht so viel. Ja, aber Ron und Harry waren doch sofort Best Friends. Das war doch im Zug, war das doch klar. Ja, das stimmt schon. Aber so ein Familienfest, ach, scheiß drauf. Scheiß auf den Scheiß. Familie hatte sie jetzt jahrelang genug. Jetzt kann man sich auch mal einen kleinen Urlaub gönnen und die Kinder alleine lassen. Ja, und als nächstes treffen wir Molly ja erst wieder, wenn sie ihre Kinder Ende des Schuljahres am Gleis 9 3 Viertel abholt, wo sie ja dann noch dieses merkwürdige Gespräch versucht mit Vernon zu beginnen, was ja aber klärglich scheitert. Das hatten wir ja schon in Vernons Folge vor kurzem gesagt. Und dann ist auch das erste Schuljahr wieder vorbei. Stimmt. Und das zweite folgt zugleich. Genau, in diesem Sommer entdeckt Molly nämlich dann eines Nachts, dass drei Betten ihrer Kinder leer sind, weil Fred, George und Ron ohne ein einziges Wort einfach so verschwunden sind, ebenso wie das fliegende Auto der Familie. Aber ich habe eine Frage. Also warum ist sie aufgestanden und hat die Betten ihrer Kinder kontrolliert? Das wird sie ja wahrscheinlich nicht jede Nacht machen. Vielleicht hat sie dieses Geräusch vom Auto gehört. Ja, genau, weil, muss ja so gewesen sein, weil, nur weil die Betten leer sind, gehe ich ja nicht in die Garage und gucke, ob das Auto da ist, weil das ist ja absolut kein Gedankengang, der sofort zu fassen ist. Oh, die Betten sind leer, ja die wahrscheinlich, machen die eine Spritztour, weil das haben sie ja vorher noch nicht getan. Das ist ja jetzt eigentlich first time. Ich denke einfach, dass sie das fliegende Auto gehört hat, dass es quasi sich gerade entfernt hat und man sich so denkt, irgendwas stimmt hier mit diesem Geräusch nicht. Ja, es muss so gewesen sein. Arthur ist noch da, dann können es nur Fred und George gewesen sein. Natürlich. Ja, weil als die drei dann mit Harry wiederkommen und sie erfährt, dass ihre Kinder bis nach Surrey geflogen sind und wieder zurück, da explodiert sie natürlich wieder, nach ihrer typischen Art. Harry empfindet es so, als würde sie stundenlang rumschreien. Allerdings ist sie ja Harry überhaupt nicht böse, weil wie auch, er war ja selbst überrascht davon, dass er gerettet wird, aber wahrscheinlich hat sie sich ebenso wie Ron Sorgen gemacht, weil Harry sich ja die ganzen Ferien über nicht gemeldet hat. Da wird sie wahrscheinlich auch häufiger bei Ron nachgefragt haben. Im Grunde war es ja eine gute Aktion, die ihre Kinder da gebracht haben. Aber eigentlich ja auch etwas, worauf man stolz sein könnte, wenn man jetzt mal außer Acht lässt, dass er vielleicht ein bisschen illegal war. Aber sie haben ja jetzt keine Spritztour mit dem Auto gemacht, sondern das hat ja ein Ziel. Genau, und vor allen Dingen ein Ziel, was sie ja eigentlich unterstützt, Harry zu befreien, ist ja eigentlich etwas, was ich denke, was sie auch gut gefunden hätte. Ich meine, das wäre nicht ihr Weg gewesen, aber manchmal gibt es eben nicht nur diesen einen guten Weg, sondern die Jungs waren kreativ und haben ihre eigene Lösung gefunden, um irgendeinem Freund zu helfen. Vor allem gibt Molly ihren Kindern auch keine Hinweise darauf, was sie hätten besser machen können. Also während sie die zusammenkackt, sagt sie ja zum Beispiel nicht, ihr hättet euch an uns wenden können, wir hätten Harry retten können oder wir hätten nach einer anderen Hilfe oder wir hätten Dumbledore eingeschaltet oder irgendwie Harry auf einen unauffälligeren Weg irgendwie gerettet. Nichts. Sie sagt ja einfach nur, das war falsch, ihr habt das falsch gemacht, das war gefährlich, bla bla bla. Und das ist ja irgendwie auch nicht cool. Und sie ist dann auch total nachtragend. Also sie wirft ihren Söhnen dann die ganze Zeit böse Blicke zu, während sie Frühstück macht. Und dann müssen sie ja zur Strafe auch noch den Garten entgenommen. Also ich finde es dann auch irgendwann mal gut. Ich meine klar, es war falsch, dass sie das fliegende Auto genommen haben. Aber sie haben ja wirklich eigentlich was Gutes im Sinn gehabt. Eine Situation finde ich noch ganz witzig, als Molly nämlich Lockhards Buch zur Hand nimmt, um nochmal nachzulesen, wie man richtig entgnomt, weil sie das natürlich nicht weiß. Erwähnt einer der Jungs, dass Molly wohl eine Schwäche verlockert haben muss, was sie natürlich abstreitet, aber es färben sich ihre Wangen so kurz rosé. Also da ist sie wohl doch so ein bisschen in love. Ja, das stimmt. Und wir wissen ja auch, wie gesagt, er ist ein bisschen jünger als Molly, ne? Kurz bevor die Schule wieder beginnt, nehmen die Weasleys Harry ja mit in die Winkelgasse. Und als Transportmittel haben sie sich Flohpulver überlegt. Bescheidige. Und Harry nuschelt da ja so rum, obwohl Molly tatsächlich deutlich gesagt hatte, dass man das ganz gut aussprechen muss. Und Harry macht das eben leider nicht und landet in der Lockturngasse. Und Molly fällt ja wirklich ehrlich ein Stein vom Herz, als sie ihn in der Winkelgasse wiederfindet. Und weil sie sich wirklich um ihn Sorgen gemacht hat. Das stimmt. Ich frage mich immer, Flohpulver stelle ich mir als sehr teures Reisemittel vor, weil man muss ja eigentlich den Kamin anmelden an das Flohnetzwerk. Man braucht dieses besondere Pulver. Das kann man bestimmt nicht selber herstellen, sondern das musst du kaufen. Vielleicht bekommt das Arthur über seine Arbeit, so wie man heutzutage mal eine Maske vom Arbeitgeber bekommt, bekommt man im Ministerium ab und zu mal ein bisschen Flohpulver geschenkt. Ja. Oder es bleibt was übrig, wenn man im Ministerium das immer benutzt. Genau. Du kriegst das dann wie so einen Dienstwagen, dass du dann halt ab und zu damit rumreisen kannst. Aber ich könnte mir forschen, dass das tendenziell eher teurer ist. Und das ist ja auch nichts Normales, dass jeder irgendwie Anbindung an das Flohnetzwerk hat, sondern auch das sind ja Connections, die Arthur durch das Ministerium hat. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr bequemer Weg, von A nach B zu kommen. Ja, findest du? Ey, das ist nicht mein Lieblingstransportmittel in der Zaubererwelt. Ja, aber wenn du mit deiner Familie reisen musst, die alle noch nicht apparieren können, ist das durchaus das Praktischste. Also wenn du mit dem fahrenden Ritter oder mit dem Besen los musst. Kann man nicht apparieren? Ja, aber mit zwei Erwachsenen, die apparieren können und dann sind da vier, fünf Kinder. Hä, das geht doch schnell. Zwei auf jeder, also ein auf jeder Seite. Ja, aber das ist ja gefährlich. Da kannst du ja schnell mal auszusehen deinen Kind da splintern. Ich glaube, das wird nicht so gern gesehen. Das machen die ja auch super selten. Also für mich ist apparieren einfach das Coolste. Ja, aber ich glaube, das macht man mit Minderjährigen nicht so oft. Also einen tendenziell eher nicht. Oh Mann. Aber ich finde es auch krass, weil Harry geht dann ja verloren und eigentlich weiß sie ja, dass Harry eine ganz wichtige Person für die Zaubererwelt ist und sie ist gerade verantwortlich für ihn und dann geht er in ihrer Obhut verloren. Ich meine, er könnte ja auch irgendwie entführt worden sein oder was weiß ich. Er wird ja von Hagrid gerettet. Genau. Was ein bisschen unangenehm ist, dass sie sich ja dann das Geld von ihrem Verlies in Gringotts holen und da ist ja quasi wirklich nichts drin. Also habe ich mich auch gefragt. Das wird jetzt ein bisschen fies, aber lohnt es sich überhaupt diese paar Groschen umständlich in Gringotts aufzubewahren? Also ich meine, da ist doch nichts zu holen, ja. Die eine Galeone, die hätten sie auch im Fuchsbau lassen können. Das ist doch völlig bescheuert. Da müssen die da immer nach London, ja, für diese 10 Euro, die sie da haben. Es ist wirklich ein bisschen gemein, finde ich, weil Harry sieht das und Harry, Harrys Verlies ist einfach bis oben hin voll. Mit Gold und Galeonen und alles. Vor allem, Harry hat ja noch nicht so viele Verliese gesehen, ja. Und wenn Harry jetzt davon ausgeht, dass sein Verlies normales Verlies ist, dann muss er ja heulen. Aber trotzdem denkt sich Harry ja nicht so, ja, ich lege jetzt hier einfach mal so zwei Säcke Gold mal rüber. Ja, vor allem, weil er da halt auch den ganzen Sommer lang sich durchfuttern lässt und so, ne. Ja. Aber okay, ist ein anderes Thema. Ist ja auch noch sehr jung. Es würde Harry überhaupt nicht auffallen. Und hätte der so eine gute philanthropische Ader, dann würde er einfach mal sich so ein paar Säcke nehmen, zwei meinetwegen, macht da so ein bisschen Gold dran und wirft das mal eben da rüber. Sagt so einem Kobold, mach das mal. Ich meine, da verliert Harry doch nichts. Und die Weasleys können es so gut gebrauchen. Die würden das natürlich niemals annehmen, aber als anonyme Spende quasi. Er soll es einfach da reinstellen und dann sagen, oh, das war hier unter einem Verdeckungszauber, das ist noch hier registriert von 1901. Da ist kein Absatz, weißt du, da können doch die Kobolde da mal für so ein paar Groschen, können die dann auch mal lügen. Meine Güte. Ja. Also da gäbe es doch wirklich Möglichkeiten. Das stimmt. Also es ist auf jeden Fall super bitter und ich frage mich wirklich, ob nicht vielleicht diese Kontoführungsgebühren und so ein Verlies zu eröffnen in Gringotts nicht durchaus teurer sind als das, was die da letztendlich drin liegen haben. Aber ich glaube, Gringottsverließe hast du oder hast du nicht. Ich glaube nicht, dass da hin zu Kunst reinlaufen kann und sagen, übrigens, ich bin jetzt Zauberer. Ich kann mir auch vorstellen, Hermine hat ja keinen Gringottsverlies, dass man das lange beantragen muss und im Zweifel musst du warten auf einer Warteliste, bis eins frei wird, weil irgendeine Familie ausstirbt. Also ein Familiending. Also wenn du eins hast, hast du eins, wenn nicht, musst du deine paar Groschen eben in einer Sockenschublade aufwarten. Genau. So wie Hermine das macht. Aber wie gesagt, ich hätte meine eine Galeone da jetzt nicht reingeworfen, das wäre mir zu umständlich gewesen, aber gut. Aber wir sollen ja nochmal mit Harry sehen, wie es bei den Weasleys aussieht. Ja, klar. Und Molly geht ja dann gemeinsam mit Ginny auch in den Second-Hand-Laden für Kleidung und später treffen sie sich ja mit den anderen dann bei Flourish & Bloods, wo sie dann ja auch Lockhart nochmal sehen dürfen. Genau, das große Idol. Ja, aber das finde ich fast schon ein bisschen traurig, weil er ist ja auch schon da sehr überheblich und arrogant und so selbstgefällig und davon lässt sie sich ja auch überhaupt nicht abschrecken. Also sie scheint auf dieses Schmierige zu stehen, was ja eigentlich auch komplett anders ist als Arthur, der ja sehr bescheiden und ruhig ist und unauffällig, sage ich mal. Wobei er ja dann im Flourish & Bloods ein kleines Intermezzo mit Lucius hat, sich ja so ein bisschen mit ihm streitet und so anlegt und Molly sagt dann, dass Arthur mit so einem Verhalten kein gutes Vorbild ist für die Kinder und ich meine, Recht hat sie. Man muss sich ja auch nicht auf so ein Niveau herablassen. Ja, aber guck mal, der Arthur wird doch bestimmt ständig von Lucius entweder schräg angeguckt oder mit einem blöden Spruch belegt. Vielleicht reicht es dann irgendwann und vielleicht möchtest du auch als Arthur vor deinen Kindern nicht so dargestellt werden von so einem Schnösel wie Malfoy. Und dann, finde ich, kann sie da auch sagen, so war jetzt eine blöde Situation, aber ich verstehe nicht und dann eher so ein bisschen komforten, anstatt zu sagen, so das ist aber kein gutes Vorbild. Es gibt bestimmt 150 Situationen, die passieren, wo man kein gutes Vorbild ist für die Kinder. Ja, zum Beispiel, wenn man seine Kinder mitten im Besen schlägt. Zum Beispiel. Jetzt habe ich hier aber was eingeworfen vorhin. Nein, aber es gibt dann, also man kann nicht permanent perfekt sein und dann kann man es auch mal gut sein lassen. Sie möchte ja auch nicht, dass Arthur sich immer so herabgestuft fühlt und dann muss man da halt auch mal für sich einstehen und eigentlich, je nachdem, welche Wörter man benutzt, macht man es halt, finde ich, ist es auch okay, wenn man da mal auf den Tisch schaut. Man muss sich nicht immer alles gefallen lassen und das ist ja eigentlich auch nicht, was Molly tut. Ist ja nicht so, als würde sich Molly irgendwas gefallen lassen, schlägt er dann auch zurück im Zweifel. Das stimmt. Daher ist sie da vielleicht ein bisschen kleinlich mit ihrem Mann. Aber später bringen sie ja dann auch wieder die Kinder zum Zug. Ich frage mich auch immer, also das ist ja jetzt wirklich, wir sind jetzt im zweiten Jahr von Ron, aber sie macht das ja eigentlich bis zum Ende, bringt sie ihre Kinder bis zum Zug. Warum? Macht man das immer so als Zauberer-Familie? Ja, weil du die ja dann wochenlang nicht siehst, monatelang. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich würde, es ist so ein Ritual. Ja, also dieses Jahr ist natürlich noch spannend, weil jetzt kommt Ginny auch mit. Das ist ja nochmal was ganz Besonderes, weil ab jetzt ist dieses Haus wirklich kinderfrei, wenn Hogwarts ist. Da ist ja niemand mehr. Ja, das stimmt. Ja, von daher. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen absurd, weil ich würde doch auch als Mutter dann warten, bis alle Kinder durch sind. Ich würde nicht vor meinen Kindern dadurch. Ja, würde ich glaube ich auch nicht machen. Und sie geht ja dann mit Ginny, ich meine, klar ist das wahrscheinlich auch ein bisschen knapp, soweit ich mich erinnere, mit der Uhrzeit, aber sie geht ja dann mit Ginny vor Harry und Ron und das ist ja, also gerade mit Harry auch wieder, die hat doch Verantwortung für so ein anderes Kind. Den lässt du doch nicht aus dem Blick. Ja, ich weiß auch nicht. Und dadurch, dass sie ja dann vorgeht mit Ginny, kommen ja dann Ron und Harry nicht mehr rein. Ja, und dann fällt ihnen ja auch erst auf, dass das alles nicht so richtig funktioniert hat, als das Auto nicht mehr da ist. Ja, vor allem, die hätten sich ja mal Sorgen machen können und dann halt irgendwie, hey, wo stecken die zwei? Ich gehe mal kurz zurück. Aber vielleicht war dann die Absperrung ja auch in beide Richtungen zu quasi, aber dann war wahrscheinlich auf Gleis 9,75 so eine richtige Massenpanik, weil alle Zauberer zurückwollten, alle Zauberereltern. Das ist glaube ich nicht passiert, das wäre ja mega auffällig gewesen und wir wissen von keiner solchen Unregelmäßigkeit. Ja, es hat einfach wahrscheinlich wieder niemanden gejuckt, dass Ron weg war. Molly bekommt dann ja auch später einen Brief von McGonagall, in dem dann steht, was passiert ist, dass die Jungs mit dem Auto geflogen sind, dass die Peitsche in der Weide beschädigt worden ist und ich bin mir ziemlich sicher, dass Molly wirklich sauer gewesen ist, weil das ja jetzt nicht der erste Ausflug mit dem Auto gewesen ist in kurzer Zeit und es hätte hundert verschiedene bessere Lösungen gegeben, die die Jungs hätten sich überlegen können. Deshalb, das ist glaube ich so das Erste, wo ich sage, boah, da kann ich Molly richtig verstehen. Das ist ja auch was, was von Muggeln beobachtet worden ist. Da musste ja dann noch extra jemand kommen und die Leute da deren Erinnerung modifizieren und das ist doch schon wieder richtig aufwendig und hat Arthur im Ministerium jetzt auch nicht unbedingt einen Ehrenpreis eingebracht. Nein, weil er hat nämlich ein Verfahren am Hals deswegen und also er könnte quasi auch seinen Job verlieren und dann hätten die Weasleys auch gar kein Einkommen mehr. Also dann hätte Ron diese Familie in Ruinen getrieben, das wäre irgendwie eine Katastrophe. Aber ich finde es dann irgendwie schon wieder Quatsch, weil beim ersten Ausflug mit dem Auto hat sie schon rumgeschrien und sie merkt auch jetzt, dass es nichts bringt und jetzt schickt sie Ron einen Heuler, wo sie wieder nur rumschreit. Also ich meine im Grunde irgendwie musst du doch mal irgendwann deine Erziehungsmethoden ändern, wenn du weißt, rumschreien alleine bringt dann irgendwie doch nichts. Vor allem so ein Heuler ergibt überhaupt gar keinen Sinn in so einer Situation, weil dann hörst du dir den an. Ja klar, es ist vielleicht ein bisschen unangenehm, wenn jemand das hört, aber du machst dir doch keine Gedanken ernsthaft darüber und denkst dir so, ja, ich muss ganz dringend an meinem Leben arbeiten. Das ist doch überhaupt nichts. In Ende sind ja gut. Das ist dann auch wieder vergessen. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass Ron und die anderen an Weihnachten nicht nach Hause fahren. Ich meine, okay, Ron macht das dann wahrscheinlich für Harry, aber trotzdem Weihnachten so zum zweiten Jahr in Folge nicht mit der Familie zu verbringen, ist irgendwie auch ein bisschen verrückt. Dass das Molly überhaupt auch alles akzeptiert, obwohl sie ja auch vielleicht merkt, dass es Ginny ja irgendwie auch nicht besonders gut geht, weil das ja auch Percy und die Zwillinge auch schon bemerkt haben. Ja, ich weiß nicht. Dieses ganze Abenteuer, was Ron im letzten Schuljahr ja schon erlebt hat, hätte ja vielleicht auch schlimm genug sein können, als dass die Weasleys sagen, naja, sie wollen halt aber auch jetzt die Zeit als Familie ja auch mal verbringen. Hätte man so machen können, ja. Aber vielleicht genießt sie dieses neue, leere, freie Haus und diesen entgnomten Garten, weil sie es einmal richtig gemacht hat und diese Gnome nicht nur über das andere Grundstück geworfen hat, sondern sich wirklich was mit denen überlegt hat. Weiß ich nicht. Und natürlich ist Weihnachten in Hogwarts auch irgendwie was Besonderes und halt auch sehr schön. Und jetzt ist ja auch Ginny nicht alleine quasi zu Hause. Sonst wäre es vielleicht auch so gewesen, dass man sagt, ja okay, sonst ist die Schwester ja ganz alleine, aber so sind sie dann ja alle in Hogwarts quasi. Molly wird auch nicht geschont, denn im Frühling erfährt sie, dass Ginny von einem Monster aus der Kammer des Schreckens angegriffen worden ist und dann reist sie Vollsorge nach Hogwarts und ist total glücklich, dass Harry so mutig war und das Monster besiegt hat, um Ginny zu retten. Ja, aber vorher kommt sie nach Hogwarts, da ist doch Ginny noch gar nicht gerettet. Und dann, was wird ihr für eine Hilfe versprochen? Ja, Gilderoy Lockhart kümmert sich darum. Ja, gut. Das könnte aber für Molly wiederum natürlich schon auf Hoffnung bedeuten. Genau, sie hofft da das Beste. Und Arthur denkt sich so, ach du Scheiße. Also, ich weiß nicht, aber das sind so die ersten Eltern, von denen wir wissen, dass die nach Hogwarts kommen. Das muss man mal kurz im Hinterkopf behalten. Ja. Fand ich interessant. Das stimmt. Aber es geht ja dann gut aus. Harry hat ja alles ins Gute gedreht. Ja, das stimmt. Ja, sie ist ja auch sehr neugierig, wie Harry das geschafft hat. Und natürlich ist sie dann auch für ihre Tochter im Krankenflügel noch da. Was ich mich frage, ist, was sie jetzt von Gilderoy Lockhart hält. Ich meine, wir wissen ja, dass sie die Bücher nach wie vor behält und auch zu Rate zieht. Später noch. Aber im Grunde musst du dir auch jetzt im Nachhinein denken, aha, und das waren die einzigen Bemühungen, die die Lehrer in Hogwarts irgendwie auf sich genommen haben, um ein Kind zu retten. Die haben diesen Vollidioten geschickt, der irgendwie nichts kann, nachweislich. Aber wenn man so ein bisschen in love ist, dann interessiert einen das vielleicht nicht. Die rosa Brille. Ja. Die Weasleys gewinnen diesen Sommer bei einem Preisausschreiben im Tagespropheten einen Geldpreis und reisen dann für das gewonnene Geld nach Ägypten mit der ganzen Familie, um ein Bild zu besuchen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, die scheinen sich ja auch sehr selten zu sehen. Ja, genau. Und aber auch für einen Familienurlaub einsetzt. Ja, die hätten das Geld überall einsetzen können. Die hätten es wahrscheinlich an allen Ecken und Enden gebraucht. Genau. Aber das sieht einfach, also zeigt einfach mal wieder, dass der Fokus der Weasleys einfach auf der Familie liegt. Und ich meine, sie waren ja dann auch schon vor zwei Jahren dann bei Charlie in Rumänien und jetzt ist eben Bill an der Reihe mit einem Besuch. Ja. Es ist den Weasleys ja auch einfach wirklich gegönnt. Finde ich auch. Eine schöne Reise und alle sehen sich mal wieder. Vor allem ja auch, weil es die letzten Weihnachten nicht geklappt hat. Und es ist schön warm. Sie besuchen die Pyramiden und Molly ist da ja auch sehr streng. Ginny darf da ja nicht mitkommen, weil sie findet, dass Ginny nicht alt genug ist, um das Innere von Pyramiden zu sehen. Ja, ich meine, die hat natürlich jetzt auch viel erlebt, ihre Tochter und sie möchte sie natürlich jetzt vor allem schlechten bewahren und behüten. Aber sie hätte das doch auch vorher nicht zugelassen. Oder wenn das nicht passiert wäre, weil, also da bin ich mir sicher, dass das jetzt einfach nur noch ein Grund mehr ist, Ginny nicht in eine Pyramide mitzunehmen. Ja, und dann kommt ja auch noch die Information, dass Sirius Black aus Azkaban geflohen ist und sie kennen Sirius ja, denke ich, genauso wie James zumindest vom Hörensagen aus dem Orden. Wahrscheinlich hat sie diese gesamte Geschichte, die damals ja so fälschlicherweise verbreitet wurde, auch sehr schockiert, also dass Sirius quasi der Schuldige ist und die Potters verraten hat. Und natürlich hat sie auch Angst vor Sirius. Außerdem weiß sie ja von Arthur, dass Sirius Harry aufspüren möchte und sie macht sich natürlich daher umso mehr Sorgen um Harry, aber womöglich ja auch um ihren Sohn, der ja bei Harrys Abenteuern immer involviert ist und dadurch, dass er ja auch so nah mit Harry ist, ja auch dadurch in Gefahr kommen könnte, weil sie ja davon ausgeht, dass Sirius jetzt ja jetzt nicht vor einem 13-Jährigen stoppt, nur weil er sich neben Harry als Unschuldiger befindet. Und sie möchte ja auch, dass Arthur ihm Harry nicht Bescheid gibt darüber, wie das sich alles verhält, weil sie möchte, dass Harry möglichst unbeschwert in das neue Schuljahr einsteigen kann und außerdem ist sie ja eigentlich auch überzeugt davon, dass Harry sicher ist, wenn Dumble nur in der Nähe ist. Also von daher... Also ein bisschen absurd nach dem, was alles schon in Hogwarts passiert ist, also dass sie überhaupt noch irgendwie ihre Kinder nach Hogwarts schickt, ist ja für mich schon ein Wunder. Aber sie setzt sich dann ja auch gegen Arthur durch, der will es dann zwar Harry sagen, aber Harry hat diese Unterhaltung ja dann schon eh überhört und sagt dann schon so, ja, ich weiß dann eh schon Bescheid, so nach dem Motto. Ja, die Weasleys bringen ihre Kinder dann ja auch wieder zum Gleis und gehen diesmal sicher, dass alle im Zug sind. sehr weise, würde ich sagen. Aber Dobby ist nicht in der Nähe, deshalb wäre es nicht so schlimm. Auch dieses Jahr kommen die Weasley-Kinder Weihnachten nicht nach Hause, aber wahrscheinlich ist das nach wie vor so, dass Molly Hogwarts für am sichersten hält und deswegen ihre Kinder dort lassen möchte. Erfährt sie dann eigentlich, dass Sirius Black vermeintlich Ron angreift? Also wir wissen ja von der Szene, wo er den Vorhang da so aufreißt und er möchte ja zu Peter, aber alle denken ja, dass er sich quasi mit dem Bett geirrt hat. Wird ihr da auch Bescheid gesagt? Ich glaube nicht. Wie reagiert sie denn da? Nein. So sicher können ihre Kinder dann ja da auch nicht mehr sein, denke ich. Ja, aber anscheinend schon sicher genug, wenn sie es nämlich weiß, ändert sie ja auch nichts daran, dass ihre Kinder woanders hinkommen. Also von daher hat sie wohl ein sehr großes Grundvertrauen in Dumbledores Schulleitung. Dieses Jahr findet die Quidditch-Weltmeisterschaft statt und die Weasleys möchten Harry natürlich gern mitnehmen und weil Molly sehr einfühlsam ist, schickt sie den Dursleys einen Brief, in dem sie um Erlaubnis bittet, Harry mitnehmen zu dürfen und weil Molly aber sonst keinerlei Berührungspunkte mit Muggeln hat, ist der Brief über und über bedeckt mit Briefmarken, was natürlich ein rotes Tuch ist für den ach so normalen Vernon und weil die Dursleys aber Harry ja nirgendwo hinbringen wollen, um sich extra Arbeit zu ersparen, kommen die Weasleys Harry eben abholen und das haben wir jetzt vor kurzem auch erst in Vernons Folge besprochen, das geht ja alles so ein bisschen fürchterlich schief und davon soll Molly ja eigentlich nichts zu bekommen, es gibt ja so ein stilles Abkommen quasi zwischen Arthur und den Jungs, dass keiner Molly Bescheid sagt. Aber die tuscheln halt so auffällig, deshalb kriegt sie das mit, die kennt ihre Pappen ja genau, also sie überhört das quasi, ja sie zwingt dann Arthur dazu, ihr die ganze Geschichte zu erzählen und natürlich ist sie daraufhin wieder stinksauer und ich finde, das zeigt dann auch wieder so ein bisschen diese Diskrepanz, also auf der einen Seite wieder Percy, der jetzt fertig ist mit der Schule und der ach so tolle Sohn ist, der die Karriere im Ministerium begonnen hat und sich ja auch total aufspielt in dem Sommer und auf der anderen Seite eben Fred und George, die ihre Vorstellung von einer Karriere gerade anstreben und ihre eigenen Scherzartikel erfinden und das verurteilt Molly ja aber total und sie ist ja wirklich stinksauer und verbietet dann ja auch, dass sie irgendwas mitnehmen zur Quidditch-Meisterschaft und am Morgen ja durchsucht sie die dann ja auch noch und findet aus allen möglichen Verstecken noch die ganzen Wirkzungen, Toffees und was nicht alles ja und natürlich ist sie wieder Fuchs-Teufels-Wild und sie macht dann Fred und George auch wieder so unmögliche Vorwürfe unter anderem, dass sie ja nur Unsinn im Kopf haben und deswegen ja auch nicht so viele ZLGs geschafft haben und sowas und also so wieder Äpfel mit Birnen werden dann da verglichen und dann verabschiedet sie sich nicht mal richtig von ihren Söhnen und das finde ich auch einfach ist wirklich ein sehr großer Fehler. Weil sie halt immer so nachtragend ist also für sie ist es nicht in einem Moment, wo man dann alles einmal losgeworden ist, weil sie schimpft ja schon sehr doll, dass man sagt, okay, sie hat sich jetzt von der Seele geredet und jetzt ist gut. Ne, sie ist ja da schon immer sehr nachtragend, sie guckt dann immer böse, sie ist die nächsten paar Tage ja immer noch so ein bisschen pampig, gerade was die Zwillinge angeht. Ich glaube nicht, dass sie so bei Bill wäre, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber das ist ja auch gerade ihr Punkt, als sie nämlich erfährt, dass die Quidditch-WM von Todessern überrannt worden ist, macht sie sich natürlich riesige Sorgen und ist dann auch unheimlich froh, als alle unbeschadet zurück im Fuchsbau sind. Und dann nimmt sie ja auch die Zwillinge ganz fest in den Arm und weint, weil wenn sie bei dem Angriff ja gestorben wären, wäre das Letzte, was sie ihnen gesagt hätte, sowas Unfreundliches, also dieser Anschiss quasi. Und ist da natürlich, ich glaube, da ist ihr einfach noch mal so ein bisschen klar geworden, so ein Moment, Karma, hallo. Ja, sie bereut das auf jeden Fall sehr. Aber ich muss dazu sagen, wie alt sind die jetzt? Ist es Harrys viertes Jahr, zwei Jahre höher, dann sind die, genau, ich weiß nicht, da hätte man vorher schon mal sich sowas überlegen können. Ja, das stimmt. Es gab ja schon wilde Zeiten, also es ist jetzt nicht das erste Mal. Ja, am 1. September begleiten Molly, Bill und Charlie die Schüler dann zum Gleis und verabschieden sich. Auch Molly weiß natürlich, was dieses Jahr in Hogwarts geplant ist mit dem Trimagischen Turnier, allerdings halten die Erwachsenen ja alle dicht und verraten nichts. Als Harry dann vierter Champion beim Trimagischen Turnier wird, ist Molly natürlich sofort dagegen, weil sie Harry für zu jung hält. Also, er ist auch zu jung, das muss man sagen, ja. Ganz interessant finde ich dann aber, dass Molly sich noch mal extra doll Sorgen um Harry macht, als sie im Tagespropheten diesen Artikel von Rita Kim Conn liest, in dem sie schreibt, dass Harry sich wegen seiner Eltern in den Schlaf weint und dann glaubt sie das auch noch. Ja, also... Also, als ob sie Harry noch nicht erlebt hätte und auch, wir kriegen ja immer das nicht immer alles so mit, aber das Thema Harrys Eltern wird doch schon mal irgendwie Thema in den letzten vier Jahren gewesen sein. Sie kennt doch Harry, sie weiß auch, dass er nicht heulend immer rumsitzt. Und wenn es so wäre, wäre wahrscheinlich Ron der gewesen, der das seiner Mutter mal erzählt hätte. Ja, und dann denke ich mir nämlich so, kurz vorher, also nachdem das mit der Quidditch-Weltmeisterschaft so schiefgegangen ist, hat sie und Arthur, sie haben sich noch furchtbar über Rita aufgeregt, weil die ja im Tagespropheten darüber berichtet hat, wie schlecht das Ministerium doch damit umgegangen ist und sie hat dann noch Arthur zitiert und ihn damit irgendwie voll in die Bredouille gebracht. Also, eigentlich findet sie Rita auch nicht gut und sie weiß auch, dass Rita Blödsinn schreibt, zum Beispiel über Moody. Also, das ist ja jetzt nicht so, dass sie noch nie Erfahrungen mit dieser Frau gemacht hat, sondern das ist eher offenbar schon ein Name, dass diese Frau nicht ganz wahre Artikel schreibt, aber in dieser Hinsicht ist sie ja absolut leichtgläubig und naiv und das ist total scheiße, weil gerade dann mit der Geschichte mit Krumm und Hermine und Harry, dieser Dreiecksbeziehung, die Rita sich da ausdenkt, das glaubt sie dann ja auch und das finde ich noch absurder, weil selbst wenn es so wäre und Hermine ein wilder Jugendlicher ist, der sich nicht entscheiden kann, ja dann lass sie doch, was muss man sich da als erwachsene Mutter einmischen, es betrifft ja nicht mal ihr eigenes Kind. Und sie ist dann wieder so nachtragend und so enttäuscht und so blöd, dass sie dann irgendwie Hermine so ein winziges kleines Ei an Ostern schickt, während alle anderen so riesige Dracheneier, große Schokoladeneier bekommen. Also total unfair und ich finde es echt kindisch, weil sie kennt doch Hermine. Eben und auch da hätte Ron doch bestimmt mal was gesagt. Also das, was im Tagespropheten steht in einem Artikel von Rita Kimkorn zu einem Event, das so groß ist, wie das Trimagische Turnier, da würde ich doch zweimal drüber nachdenken und ich weiß auch nicht, warum sie das nicht macht. Später klärt das dann ja Harry auf, aber das ist dann eigentlich auch fast schon wieder zu spät. Das ist doch dann, wollte ich gerade sagen, das ist doch dann schon egal. Also da war sie doch schon nachtragend und da war sie doch schon. Ja, sie ist bis dahin immer noch nachtragend. Ja, also ergibt aber für mich, total bescheuert. Die kann doch nicht nachtragend auf Hermine da so immer sauer auf sie sein. Immerhin ist die ja auch noch irgendwie ein Kind, ne? Ja eben, es sind 14-Jährige, sollen die doch ihr Liebestreimer haben, dann muss sie doch eine erwachsene Frau nicht einmischen. Ja und vor allem dann auch noch irgendwie so persönlich enttäuscht sein. Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Aber Charlie, was für mich übrigens auch keinen Sinn ergibt, ehrlich gesagt. Charlie weiß ja, worum es in der ersten Aufgabe geht, weil er die Drachen damit anschafft. Und er bringt es ja auch nicht seiner Mutter, das zu erklären, was da in der ersten Aufgabe für die Champions wartet, weil er glaubt, dass sie sich zu viele Sorgen machen würde. Aber jetzt ist es doch schon zu spät. Also wovor schützt er da seine Mutter? Sie wird es eh erfahren. Also erstens mal wird sie es eh erfahren und zweitens mal wird es ja nichts ändern. Also dann flippt sie halt kurz auf. Sie wäre wahrscheinlich persönlich nach Hogwarts gereist, um Harry daran zu hindern, teilzunehmen. Naja, das ist schon bescheuert. Und dann habe ich noch eine Frage an dich. Was hat Molly sich eigentlich bei dem Festumhang für Ron gedacht? Gar nichts. Das frage ich mich ernsthaft. Weil Ginny hat ein Kleid, die Zwillinge haben Festumhänge, die normal aussehen. Und Ron trägt dieses von Tante Muriel oder was das ist. Großtante Bethy oder wer auch immer. Ja, ja. Dieses alberne Irgendwas. Also ich verstehe es nicht. Ja, und das ist halt, ich meine klar, das soll natürlich wieder zeigen, hier so Secondhand und da, die haben nicht viel Geld. Aber ganz ehrlich, in meinen Augen ist es wieder das Gleiche. Die Älteren bekommen wieder das Bessere und Ron wird wieder vergessen. Ja, aber Ginny kriegt doch auch ein schönes Kleid. Ja, klar, weil Ginny das Mädchen ist. Okay, klar. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin nicht glücklich darüber. Nee, warum nicht? Das hat man auch wirklich nicht verdient. Nee, wirklich nicht. Aber was ja wirklich süß ist, ist, dass sie dann als Harrys Unterstützung zusammen mit Bill nach Hogwarts kommt, um ihn für die dritte Aufgabe anzufeuern. Harry erwartet das ja auch gar nicht, weil als gesagt wird, dass die Familien der Champions gekommen sind, da will er ja erst gar nicht in diesen Raum gehen, weil er sich nicht vorstellen kann, dass die Dursleys kommen. Aber dann sind eben Molly und Bill gekommen und das bedeutet ihm ja auch wirklich unglaublich viel. Und ich finde es auch total schön, dass Molly ihn wie selbstverständlich wie so einen eigenen Sohn betrachtet. Und gemeinsam mit Harry machen die dann ja noch so eine kleine Tour durch das Hogwarts-Gelände und Molly erzählt dann ein paar Anekdoten von ihrer Hogwarts-Zeit. Und das ist wirklich so ein sehr familiäres Gefühl. Ja, irgendwie echt ganz süß. Also sie erzählt dann zum Beispiel, ja, die Peitschneweide wurde erst nach ihrer Zeit gepflanzt und dann schwärmt sie so von diesem Wildhüter damals von Ock. Das ist aber ein bisschen unrealistisch, weil Hagrid ist ja jetzt schon ziemlich früh in diese Position gekommen, dadurch, dass er sein zweites Schuljahr, im zweiten Schuljahr oder nach dem zweiten irgendwann, ne? Ja, und da muss er ja spätestens dann schon gemeinsam mit diesem Ock Wildhüter gewesen sein. Naja. Naja, aber es wird ja noch ein bisschen familiärer für Harry, weil Ron, Fred und George und Ginny sich ja auch anschließen, also zum Essen treffen die dann alle zusammen. Wie im Fuchsbau fühlt es sich an. Wirklich sehr schön, ja, genau. Später beschützt sie Harry dann ja auch vor Amos, der sich ja darüber beklagt, dass sein Sohn in Ritas Artikel nicht erwähnt wird. Also hier ist sie plötzlich auf Harrys Seite und gegen Rita. Aber bei Hermine konnte sie irgendwie nicht davon ausgehen, dass es eine einseitige Berichterstattung ist. Also das finde ich auch schon wieder sehr, ja, gegensätzlich. Aber gut. Später, nach dem Turnier, bleiben die Weasley's ja dann bei Harry noch im Krankenvögel. Bei der Reaktivierung des Ordens, was ja im Zuge von Voldemorts Wiederkehr passiert ist, ist sie schockiert, dass Sirius auch da ist. Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie nicht richtig aufgeklärt worden ist, wer Sirius ist, was der gemacht hat. Vor allem, weil Ron ja auch dabei war. Und Ron ist es ja auch, der dann später ihr dann erklärt, was da jetzt Sache ist und wer Sirius ist und wie das passiert ist. Und kann sie dann ja auch überzeugen, dass das jetzt alles in Ordnung ist. Ja, das ist auf jeden Fall alles, also der ganze Abend ja natürlich ein sehr großer Schock und eine sehr große Überraschung für Molly. Aber immerhin zögert sie ja keine Sekunde und glaubt Harry natürlich, dass Voldemort auch tatsächlich zurückgekehrt ist. Ich hätte es jetzt auch schlimm gefunden, wenn es nicht so wäre. Ja, auf jeden Fall. Sie spendet Harry ja auch unglaublich viel Trost hier und es tut ihm sicherlich gut, dass jemand so herzlich ist, so bedingungslos für ihn da ist. Und sie redet ja auch gar nicht viel, sondern sie umarmt ihn dann einfach nur, sodass Harry auch wirklich das Gefühl hat, so wurde er noch nie umarmt und er überlegt, ja, so muss es sich anfühlen, von einer Mutter umarmt zu werden. Das finde ich wirklich schon sehr, sehr rührend. Finde ich auch. Ja, im nächsten Sommer bricht Percy ja leider den Kontakt zur Familie ab. Ich meine, als würde Molly nicht schon genug durchmachen, weil sie sich ja um alles so sorgt und jetzt ist auch noch Voldemort wieder zurück und der Zweite Krieg bahnt sich an. Ja, und dann entscheidet sich auch noch ein Sohn gegen die Familie, weil er sich eben auf die Seite der Regierung schlägt, die ja eigentlich komplett versagt. Und die Art und Weise, wie Percy damit umgeht, ist für Molly natürlich auch ganz schrecklich, weil er seine Eltern ja auch beleidigt und es unverständlich findet, dass sie mit Dumbledore zusammenarbeiten. Und ja, er hat irgendwie so eine komplette Gehirnwäsche im Ministerium bekommen. Ich finde es dann wieder so ein bisschen, wie du eben schon gesagt hast, so ein bisschen Karma, weil Molly hat immer zu Fred und George gesagt, dass sie doch bitte ein bisschen mehr wie Percy sein sollen. Aber das hat sich ja jetzt wohl erledigt. Sie besuchen ihren Sohn ja dann noch, doch der schlägt ihnen einfach die Tür vor der Nase zu. Und das finde ich so unverschämt und undankbar. Auch respektlos. Dass ich wirklich schockiert bin. Ja, man muss ja nicht einer Meinung sein, aber das ist einfach wirklich, es geht über eine Grenze hinaus, weil es sind immer noch die Eltern. Eben, und man kann sich ja auch wirklich uneinig sein und man kann auch sagen, wir gehen jetzt hier erst mal ein bisschen eigene Wege, aber das kann man dann ja auch mal kurz sachlich erklären. Ist ja nicht so, als wären Molly und Arthur irgendwie schwer für einen Begriff und würden das nicht verstehen. Ja, und dann ist halt die Stimmung vielleicht mal schlecht oder ein bisschen eisiger, aber man muss halt nicht so unverschämt werden. Finde ich auch. Ja, in diesem Sommer ziehen die Weasleys in den Grimmau-Plays. Ich verstehe nicht ganz, warum. Ich meine, klar, sie arbeiten für den Orden, aber ich meine, was können sie denn so dringend dort besprechen, was von woanders irgendwie nicht geht? Also ich meine, die können doch auch jederzeit dahin apparieren. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht wollen sie da Sirius nicht so allein lassen, weil er ja eine Gefahr für jeden Menschen quasi ist, wenn ihm langweilig wird. Wenn du da mit deinen Kindern hinziehst, warum wundert es dich dann, dass die so neugierig sind, was da passiert? Also dann bringt sie halt auch nicht in dieses Hauptquartier. Finde ich auch. Und ich würde da auch wissen wollen, was da vor sich geht. Also mega interessant. Und weil die so geheimnisvoll auch sind. Ja, entweder du bringst die halt quasi nicht in diese Umgebung, dann hast du das Problem nicht. Dann sagen die halt so, ja, wir sind jetzt mal einen Abend weg. Ich meine, die sind alle quasi fast erwachsen. Ja. Dann kann man mal sagen, okay, wir sind jetzt mal heute Abend, treffen wir uns mit dem Orden. Ciao. Ja, aber du bringst sie doch nicht in das Haus und wunderst dich dann, dass sie sich dann dafür interessieren. Ja. Ich weiß auch nicht. Naja, sie stimmen ja jedenfalls auch zu, Harry von all dem nichts zu erzählen, bis Harry selbst im Grimmau-Place ankommt. Und Molly ist natürlich dann darüber auch sehr glücklich, weil sie ihn ja auch nun in Sicherheit weiß, nach der ganzen Dementoren-Geschichte, die er erlebt hat. Allerdings, als Harry ankommt, ist ja gerade ein Ordens-Meeting und sie schickt ihn dann schnell hoch. Aber sie kann ja auch Harry nicht davor beschützen, alles zu erfahren, denn Sirius und Remus erzählen ihm ja dann auch das meiste, was er wissen muss. Und das führt dann ja zu einem großen Streit zwischen Molly und Sirius. Und das wundert mich nicht, weil die beide so Sturköpfe sind. Ja, und auch dieses Niveau, auf dem die sich da bekriegen, ist total lächerlich. Also Molly wirft dann Sirius vor, Harry sei ja nicht James und er sei halt eben noch ein Kind und deswegen darf er das alles nicht erfahren. Und Sirius soll ihn halt auch nicht behandeln wie ein Ersatz für seinen Vater und quasi wie seinen besten Freund, der Harry ja halt einfach nicht ist. Und Sirius sagt dann wiederum, ja, aber Harry ist auch nicht dein Sohn. Und das ist halt beides so. Emotional getroffen. Also die wissen, wo sie ansetzen müssen, um den anderen zu verletzen. Und das finde ich irgendwie auch total kindisch und total unangebracht. In Zeiten wie diesen gerade. Total bescheuert. Und dann auch noch, ist Harry dabei? Also warum muss Harry sich das auch noch anhören? Ja. Völlig unnötig. Molly ist ja dann auch die, die das Hauptquartier bewohnbar macht. Also sie ist da der Chef quasi. Welche Räume zuerst gesäubert werden müssen, was man brauchen kann, was nicht. Da ist sie dann wieder voll in ihrem Element. Und ich glaube, ihr das auch gefällt. Ja, wahrscheinlich braucht sie auch so ein bisschen Beschäftigungstherapie bei dem, was alles gerade vor sich geht. Auch mit der Sache mit Percy und so. Genau. Ja, das ist natürlich auch eine sehr undankbare Aufgabe. Vor allem, weil die Kinder, die werden da ja mit einbezogen, weil das Haus ist ja sehr runtergekommen, weil da so lange niemand gelebt hat und Sirius sich ja jetzt auch nicht besonders gut gekümmert hat. Aber auch Harry lenken die Aufgaben ja ganz gut ab, denn ihm steht ja noch die Anhörung bevor. Und auch da macht sich Molly natürlich sehr große Sorgen. Ich meine, worüber macht sie sich eigentlich keine Sorgen? Ja, aber das kann ich auch verstehen. Das ist ja wirklich ein bisschen blöd. Und sie ist ja dann auch total glücklich und froh darüber, als er frei gesprochen wird. Und so richtig genießen kann sie das allerdings nicht, dass Harry frei ist, denn die Zwillinge singen die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen steht. Ich habe es im Englischen nachgewiesen. He got off, he got off. Also da ist er frei oder was auch immer. Genau. Also das ist irgendwie, wird ihr dann das wieder so ein bisschen genommen, weil die Zwillinge da wieder so ein bisschen drüber sind. Nerven. Also in den anderen Schuljahren habe ich es nicht so verstanden. Aber jetzt weiß man, dass Voldemort wieder da sind. Sie machen ja diese Treffen im Hauptquartier und die Gründung des Ordens und so. Das passiert ja nicht ohne Grund. Und ich finde, so langsam sind die Zwillinge auch alt genug, einfach in manchen Situationen Rücksicht auf ihre Mutter zu nehmen. Und das ist so ein Moment, wo ich sage, das hätten sie sich jetzt auch sparen können. Ja, die nehmen sich aber schon den ganzen Sommer ja nicht Rücksicht. Also das ist ja auch das Jahr, wo sie apparieren lernen und wo sie zaubern dürfen. Das nutzen die ja auch gnadenlos aus und nerven ihre Mutter damit permanent. Es wäre jetzt an der Zeit, einfach mal ein bisschen runterzukommen, weil sie können ja ihre Experimente machen und alles und planen und versuchen, Geschäfte zu machen. Aber also da finde ich es einfach ein bisschen viel, muss ich sagen. Ja, aber ich meine, natürlich gibt es auch einen Moment, wo Molly wieder besonders stolz auf eins ihrer Kinder sein kann. Bei Ron wird Vertrauensschüler. Und wahrscheinlich hat sie selbst auch damit gerechnet, dass es Harry wird und nicht Ron. Deswegen ist die Überraschung wahrscheinlich auch besonders groß. Und dann sagt sie ja auch kackendreist, ja, du bist Vertrauensschüler wie alle in der Familie. Und Fred und George nur so, ja, danke für nix. Die sind natürlich dann auch ein bisschen zickig, weil diese beiden sind ja keine Vertrauensschüler und sagen dann so, ja, und wer sind wir? Die Nachbarn oder was? Ja, aber sie bietet dann Ron ja auch an, dass er eine Belohnung bekommt und Ron wünscht sich einen Besen. Was natürlich ein sehr teurer Wunsch ist, aber Molly setzt dann alle Hebel in Bewegung, um ihren Sohn diesen Wunsch zu ermöglichen. Aber Ron ist doch noch so nett und sagt, es muss ja kein teurer sein. Genau, ja. Also er schätzt das dann da schon richtig ein. Aber Besen sind halt schon Luxus. Ja, total, klar. Und am Ende des Tages organisiert sie dann ja auch eine kleine Party für Ron und Hermine, was ich wirklich sehr nett finde. Und später noch an dem Tag fragt sie dann ja Moody, ob da ein Irrwicht in der Schublade von diesem alten Schreibtisch ist. Und Moody bestätigt, ja, ist einer. Es wird ihr auch angeboten, dass das jemand für sie erledigt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es Moody selbst ist. Ja, Moody bietet das direkt an. Ja, genau. Und sie sagt aber, nee, ist kein Problem. Aber sie ist leider doch unfähig, ihn zu besiegen. Und dann kommt ihr Harry zu Hilfe. Und dadurch, dass Harry kommt, sieht Harry eben auch den Irrwicht von Molly. Dadurch wird Molly einfach nochmal so richtig bewusst, in welcher Gefahr ihre Familie eigentlich sich die ganze Zeit begibt durch die Arbeit im Orden und diese unsicheren Zeiten. und sie ist total traurig. Also ich finde, das ist ein sehr intimer Moment. Also auch, dass das jemand quasi sieht. Sie bricht ja total zusammen und das zeigt ja auch wiederum, dass sie sehr große Verlustängste hat. Die hat sie ja wahrscheinlich schon seit ihre Brüder im Krieg gestorben sind. Ich meine, ihre Familie lebt ja auch sehr gefährlich und sie beruhigt sich dann ja auch erst, als Lupin ihr ja auch versichert, dass sie sich ja auch alle um Mollys Kinder kümmern würden, wenn etwas passiert und dass schon alles gut wird, weil dieses Mal ja eben Voldemort besser verstanden wird und man mehr weiß und sowas. Genau. Ja, natürlich hat sie dann auch wieder Streit mit Fred und George, bevor es nach Hogwarts geht. Dieses Mal, weil die beiden ihre Koffer verzaubern, sodass sie von alleine die Treppe runterfliegen und dabei stoßen sie Ginny um, die einfach die Treppe runterfliegt und Molly ist natürlich stinksauer, zu Recht, weil Ginny ja hätte auch ernsthaft verletzt werden können. Ja. Und nach dieser Irrwicht-Erfahrung ist das natürlich auch irgendwie verständlich, dass sie da aktuell ein bisschen sensibel ist. Das stimmt, aber ist es nicht so, dass man Knochenbrüche und so im Nullkommanix? Naja, also wenn du da wirklich übel runterfliegst und dein Genick bricht, weiß nicht, ob du dann mit dem Tod heilen kannst. Ja, aber also da so, ich glaube, so schlimm war es nicht. Ja, aber das stellt sie sich halt vor. Wie gesagt, sie ist halt einfach gerade sensibel und hat halt diese Verlustängste. Ja, und dann möchte Sirius ja unbedingt mit zum Gleis, um die Schüler zu begleiten. Das findet Molly allerdings nicht so gut, weil das ja auch sehr auffällig ist. Aber Sirius setzt sich dann einfach wieder durch. Ich finde, er kann auch machen, was er will. Ja, kann er auch theoretisch. Aber ich meine, natürlich setzt er die ganze Truppe irgendwie auch unter Risiko, weil das ist schon ein sehr großer Hund, der ist. Aber okay. Und er wird ja auch von Lucius erkannt oder mehr oder weniger erkannt. Also eine richtig schlaue Idee war es jetzt nicht so. Als Molly später in dem Schuljahr dann davon erfährt, dass Harry, Ron und Hermine die DDR gegründet haben, ist sie natürlich auch wieder hier entschieden dagegen. Also im Prinzip ist sie immer erst mal gegen alles. Und sie bittet dann ja auch Sirius darum, in den Briefen, die er sich mit Harry schreibt, weiterzugeben, dass sie die Gruppe auflösen sollten. Und sie meint das ja, glaube ich, auch keinesfalls böse, sondern sie meint das, glaube ich, auch einfach zu gut, weil sie irgendwie davon ausgeht, dass die Kinder wahrscheinlich ihre Schulaufbahn noch zu Ende machen können und noch genügend Zeit haben werden, sich weiterzubilden und eben diese ganzen Abwehrzauber kennenzulernen, weil es eher bewusst sein muss, dass Umbridge diese neue Art von Unterricht eingeführt hat. Ja, genau. Sie muss es ja nicht total unterstützen, aber vielleicht würde sie ihre Kinder einfach machen lassen. Ich finde es ein bisschen übergriffig. Sie schaden sich ja gegenseitig auch nicht. Nee, und vor allem sie sagt zu Ron, dir ist es verboten und dann, ja, Harry und Hermine, euch kann ich es nicht verbieten, aber ich gebe euch diesen eindringlichen Rat, das nicht zu machen. Wo ich mir denke, da hat sie sich eigentlich überhaupt nicht einzumischen und komisch finde ich auch, dass sie Sirius da als Redemittel benutzt, weil sie mit dem ja eigentlich auch überhaupt nicht klarkommt, weil sie doch selber eine Orde schreiben. Also was ist das denn? Ja, ich weiß es auch nicht. Ist vielleicht wirklich auch so ein bisschen naiv wieder von ihr zu glauben, dass dieser Unterricht, wie er bei Umbridge stattfindet, irgendwie auch funktioniert und dass Harry, sie kennt Harry doch auch, sie weiß doch, was da alles schon passiert ist. Jetzt gerade im Jahr davor mit Voldemort, da finde ich es irgendwie nicht so richtig schlüssig, dass sie da nicht sich denkt, oh ja, unsere Kinder sind irgendwie schutzlos. Weil es ist ja nicht so, dass sie sagt, okay, lasst das bitte in Hogwarts, zieht da nicht noch andere mit rein oder was weiß ich, sondern kommt her, ihr könnt mit Dreamers und meinetwegen mit Sirius üben, wenn ihr was braucht. Machen wir hier so einen Weihnachts-Crash-Kurs, Ostern könnt ihr auch nochmal kommen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte es Möglichkeiten gegeben, wie sie anerkennt, dass die Kinder für sich selbst beschlossen haben, sich zu schützen und das, was ich ja auch sehr erwachsen finde tatsächlich und sehr umsichtig. Ja, und das will sie ja wahrscheinlich nicht, dass ihre Kinder erwachsen werden. das ist aber Quatsch. Das ist Quatsch. Natürlich. Das ist doch total gefährlich in dem Moment. Ja, und das sieht man ja auch, weil kurz vor Weihnachten kommt es dann ja zu dem Angriff auf Arthur Weasley durch Nagini. Sie erfährt davon durch Dumbledore, der ja Forks schickt und ihre Kinder kommen ja auch umgehend aus Hogwarts zum Grimald Place und sie ist ja dann auch sofort ins Mungos gereist zu ihrem Mann und frühmorgens kommt sie dann zurück mit der Nachricht, dass alles wieder gut wird und sie ihn ja auch später alle besuchen können. Sie ist natürlich unglaublich dankbar auch, dass Harry ihm quasi das Leben gerettet hat und am nächsten Tag besuchen die Weasleys und Harry dann ja auch Arthur und Molly verbietet erst mal, dass über Arthurs Auftrag gesprochen wird, also warum er sich da überhaupt aufgehalten hat. Ja und sie ist natürlich auch überhaupt nicht begeistert davon, wie Arthur behandelt werden soll, denn aus Ermangelung an funktionierenden magischen Maßnahmen haben die Heiler im Mungos Arthur auf Muggelmanier behandelt und seine Wunde genäht, damit sie aufhört zu bluten und das findet sie natürlich katastrophal. Ich bin mir nicht sicher, ich finde es okay. Ja, wenn es funktioniert. Als Weihnachten dann vor der Tür steht, ist der Streit mit Percy auf dem Höhepunkt, weil dieser schickt ja den Weihnachtspulli, den Molly ihm geschickt hat, einfach wieder zurück und ich finde das auch wieder so ein bisschen respektlos, er könnte ihn ja auch einfach in den Schrank legen und da, also im Sinne von, ich will meine Eltern jetzt wissen lassen, dass ich sie blöd finde und das ist ja auch einfach super kindisch und überhaupt nicht so wichtig, tourisch und so ganz Ministeriums-like, wie er sich immer fühlt. Das ist das Weasley-Zeichen, jeder Weasley bekommt einen Pulli und er distanziert sich ja komplett dann von seiner Familie auch. Aber immerhin feiern die Weasleys mal wieder Weihnachten zusammen. Das stimmt. Das ist das erste Jahr, wo ja die Kinder auch wieder zurückkommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Molly mit Fred und George Abgang von Hogwarts nicht sehr einverstanden gewesen ist. Auch nicht in der Ausführung, sondern allgemein mit, dass sie überhaupt ihren Abschluss nicht fertig gemacht haben. Aber ich glaube, da musste sie sich dann einfach, musste sie einlenken, weil sie bemerkt hat, dass ihre Söhne da jetzt nicht mehr... Nee, da bringt keine Diskussion was. Genau, dass es einfach nichts mehr bringt, da jetzt irgendwie zu versuchen, dass die da noch was hinkriegen. Das ist einfach vorbei. Ja, im nächsten Sommer stimmt Molly dann zu, dass Harry diesen Sommer früher zu den Weasleys kommen kann, um nicht den gesamten Sommer bei den Dursleys verbringen zu müssen. Natürlich hauptsächlich, damit Harry mit seinen Sorgen und seiner Trauer über Sirius Tod nicht so alleine ist. Und außerdem ist in diesem Sommer Arthur befördert worden. Sie ist natürlich unglaublich stolz drauf und erzählt Harry natürlich auch davon. Und als Arthur dann von der Arbeit nach Hause kommt, da befragen die sich ja gegenseitig mit ihren Sicherheitsfragen. Allerdings ist das ein bisschen peinlich, weil Harry ja dabei ist. Und die Frage, die sie sich stellen, ist, wie Arthur Molly nennt, wenn keiner dabei ist. Aber es ist ja leider jemand dabei. Und Harry bemüht sich dann ja irgendwie seine Suppe so laut wie möglich zu essen, damit er das bloß nicht hört. Aber natürlich hört er es trotzdem. Und Mollys heimlicher Spitzname ist Molly-Röllchen. Ja, ich weiß es nicht. Super sweet. Also wenn mich jemand Antonia-Röllchen nennen würde, ich finde es nicht so toll, aber okay. Ich weiß nicht, es gibt viele Spitznamen, die man nicht so toll findet und man wird einfach so genannt Antonia. Ja, ich weiß nicht, was du meinst, Bumsie. Ich weiß es auch nicht. Naja. Bill ist ja ebenfalls mit seiner Verlobten im Fuchsbau, damit sie noch ein bisschen Zeit miteinander vor der Hochzeit verbringen können. Molly hält ja gar nichts von Fleur. Sie hält Fleur nämlich für arrogant und unhöflich. Und da gibt es ja dann diesen Streit über diese, wie heißt die, Celestine? Diese Sängerin. Ja, genau. Weil Fleur das ja nicht so gut findet, aber das ist ja quasi Mollys Lieblingssängerin. Und das sind auch wieder so Streitigkeiten, wo du denkst, das kann doch dir auch egal sein, was Fleur da, also da drüber denkt. Ich meine, Fleur macht andere Sachen anders und man muss ja auch nicht sofort in love sein, aber sie lässt sich auch überhaupt nicht auf Fleur ein. Was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass sie erst mal ja dann versucht, Bill davon zu überzeugen, dass das ja alles viel zu überstürzt ist mit der Verlobung und dass es gar nicht das Richtige ist. Und dann lädt sie ja auch immer noch Tonks ein, weil sie ja Tonks gut findet und sich etwas vorstellen könnte, dass es Bill und Tonks eine Beziehung miteinander führen. Und dann frage ich mich immer, ich finde es schon übergriffig ihrem Sohn gegenüber, ihm quasi eine andere Frau vorzusetzen, obwohl eigentlich schon klar ist, ich habe mich für Fleur entschieden. Ich finde es aber auch total frech Tonks gegenüber, die ja auch andere Pläne hat und die gehört nicht mehr zur Familie. Nee. Ja. Das ist total, total krass einfach und ich finde es auch, wie du, also übergriffig, also wirklich das treffendste Wort, total nervig auch. Also dieses Rumgeplänkel auch an Bill und dieses Verhalten gegenüber Fleur, ich meine, man muss nicht Best Friend sein, aber akzeptiere doch einfach die Entscheidung deines Sohns, ja. Ich meine, diese Frau macht ihren Sohn doch glücklich, da kann man sich doch mal wenigstens zusammenreißen. Man muss nicht auf Friede, Freude Eierkuchen machen, aber sie ist einfach nur noch unreif und unverschämt. Das denke ich auch und ich, also ich kann es mir auch nur so erklären, dass im Moment sowieso total viel läuft, ja, du hast den Orden, das sind ja dann auch immer gefährliche Missionen, gerade auch Remus, wenn der ja auch unterwegs ist und auch so Kingsley, ich denke, dass Molly an sich mit den meisten Ordensmitgliedern durchaus eine Beziehung aufgebaut hat, weil sie ja von Grund auf eher herzlich und freundlich ist, sodass sie ja durchaus wahrscheinlich schon ein bisschen Angst hat, wenn die dann da alle losströmen und irgendwen da beschützen und was bespitzeln oder was weiß ich. Das heißt, da ist ja wahrscheinlich die Belastungsgrenze eh schon. Dann hast du noch irgendwie Söhne, die nicht das machen, was du von ihnen verlangst und aktuell machen ja die meisten Söhne nicht, was sie will. Ja, aber Percy hat das gemacht, was sie sich immer für alle ihre Söhne gewünscht hat und es ist schief gegangen. Ja. Also kann man sich dann nicht mal irgendwie damit zufrieden geben, was die Kinder glücklich macht? Ich glaube, sie ist einfach gerade ein bisschen zu überarbeitet und einfach total fertig. Deshalb weigert sie sich ja auch ohne Arter in die Winkelgasse zu gehen. Sie traut sich einfach nicht mehr. Man muss ja diese Schullisten da abarbeiten, was man da so braucht. Ihre Söhne, also Fred und George, haben ja auch den Laden in der Winkelgasse und die wohnen da. Also ich meine, also man kann auch ein bisschen übertreiben mit der ganzen Sorge. Ja, ich glaube, sie ist einfach durch in diesem Jahr. Deswegen ist halt auch dieser Ausflug dann in die Winkelgasse ja doch ein großes Ereignis, weil alle sich ja auf den Laden auch freuen und sie treffen sich ja auch alle davor. Also so halbherzig scheint es ja auch akzeptiert zu haben, was die Zwillinge da aufgebaut haben. Womöglich fragt sie sich ja, wie sie das finanziert haben. Sie erfährt ja nie, dass Fred und George das Geld von Harry bekommen haben. Zum Glück wahrscheinlich. Schockiert ist sie trotzdem aber vom Shop der Zwillinge. Natürlich vor allem über diese Werbung von Du scheißt nie mehr. Molly ist halt einfach ein bisschen spießig, was das angeht. Stoppungsartikel. Ja, ich wäre vielleicht auch ein bisschen schockiert. Also es ist ja nicht das, also das ist ja nicht das, was du als erstes von deinen Unternehmer-Zwillingen sehen willst. Aber ich meine, die haben einen florierenden Laden eigentlich. Winkelgast ist ja sonst tot, aber da läuft es. Ja, das stimmt. Aber dann erwischt sie ja Ron auch noch, wie er Fred gegenüber so eine sehr rüde Geste benutzt. Und dann droht sie ihm an, ihm das nächste Mal die Finger zusammen zu kleben oder zusammen zu hexen, wenn sie das nochmal sieht. Aber ich meine, bei Ron hat sie da eh versagt in der Erziehung. Der flucht ja auch permanent, obwohl Molly das nicht gut findet. Also da bringt es jetzt auch nichts mehr. Es ist auch jetzt alle alt genug. Jetzt ist aber auch mal gut, da ist ja keiner mehr ein Kind. Also das hat sie irgendwie, diesen Absprung hat sie auch noch nicht so richtig geschafft. Ja, das stimmt. Sie bringt ja auch dieses Jahr die Kinder wieder zum Zug. Und danach sehen sie sich auch erst Weihnachten wieder. Immerhin. Heutzutage ist das ja auch nichts Alltägliches mehr. Ja, Molly redet sich dann ja irgendwie ein, dass Percy gerade einfach nur zu beschäftigt sei und deswegen sich so zurückzieht und halt eben nicht zum Weihnachtsfest erscheint. Allerdings taucht er dann ja doch plötzlich auf, ganz außerplanmäßig, zusammen mit dem Minister, Scrimgeam, was ja eigentlich auch nur eine Ausrede ist, damit der Minister eben mit Harry in Ruhe sprechen kann. Aber Molly blickt das auch einfach nicht. Sie ist nur total hysterisch, dass Percy aufgetaucht ist und dann weint sie ja auch vor Freude und umarmt ihn, obwohl er das eigentlich gar nicht will. Ja, er versucht das ja auch so ein bisschen abzuwehren. Also er ist ja wirklich keineswegs da, um sich mit seiner Familie zu vereinen oder gar zu versöhnen. Und auch nicht zu unterhalten. Also der hat überhaupt kein Interesse an seiner Familie. Also im Prinzip ist sie ja die ganze Zeit am Heulen. Also es ist ja, da sind ja alle Kanäle offen. Es läuft ihr da wie so eine Sturzflut die Wangen runter. Ja, weil sie denkt, das ist jetzt die große Versöhnung. Das ist ja vollkommen naiv. Und dann ist ja das Geilste, weil die Zwillinge und Ginny anfangen, Percy mit der Pastinakencreme zu beschmeißen. Und er haut dann ab und das macht Molly natürlich auch noch mehr fertig, weil sie jetzt ja irgendwie denkt, es ist jetzt wirklich alles vorbei. Ich meine, aber die hat sich ja wohl hoffentlich nicht wirklich eingeredet, dass jetzt alles wieder supidupi ist. Ich glaube, sie hat es aber schon sehr doll gehofft. Aber sie ist nervlich dann einfach komplett am Ende. Total. Es wird auch nicht helfen, dass später im März dann Arthur und Molly nach Hogwarts gerufen werden, weil Ron ja vergiftet worden ist. Immerhin sagt hier die Schule mal Bescheid. Das ist ja schon mal was. Ja, eben. Das sind die einzigen Eltern, von denen wir wissen, dass die regelmäßig bei Problemen ihrer Kinder nach Hogwarts kommen. Naja, im dritten Teil wurde Rons Bein auch von einem Hund zerfleischt. Da ist auch jemand gekommen. Aber das war serious. Da wussten die ja, also Molly wusste es nicht, aber Arthur vielleicht, dass das eigentlich gar nicht so schlimm war, weil es ja von serious war. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber es ist jetzt wenigstens schon mal das zweite Mal, dass die in Hogwarts sind, weil eins ihrer Kinder im Krankenflügel liegt. Und Molly ist ja auch wieder total froh, dass Harry mal wieder der Retter war und diesen Einfall mit dem Besoir hatte. Ja, dann kommt es auch schon zu der Schlacht auf dem Astronomieturm und da kämpft Bill ja mit und er wird auch verletzt, wie wir wissen, weil er gebissen wird. Und dann kommt es zu der wichtigen Schlüsselszene, wo sich Fleur und Molly plötzlich dann doch lieben lernen, weil Molly erkennt, dass Fleur doch gar nicht so oberflächlich ist, wie sie vermutet hat. Und am Ende liegen die beiden sich ja weinend in den Armen. Und natürlich nimmt Molly ebenso wie ihr Mann und ihre Kinder an der Beerdigung von Dumbledore teil und natürlich ist sie voll ehrlicher Trauer. Also das nimmt sie natürlich auch wieder mit. Ja, ich meine, sie hat sich ja auch immer sehr durch Dumbledore beschützt gefühlt. Ja, sie bekommt dann ja auch heraus, dass das Trio gar nicht vorhat, nach Hogwarts zurückzukommen im nächsten Schuljahr. Und da will sie sich natürlich dann auch wieder einmischen, aber die drei geben ihr überhaupt gar keine Auskunft über ihren Plan. Und dann wollen ja auch Remus und Arthur irgendwie wissen, was los ist, aber die geben sich relativ schnell geschlagen, weil sie meinen ja, okay, dann macht euer Ding. Aber sie bleibt sehr hartnäckig, weil sie einfach wissen will, was passiert. Und auch hier wieder ihre, ja, gut gemeinte, beschützende Art, aber was ja doch wieder sehr übergriffig ist. Das stimmt. Das nächste Mal treffen wir dann auf Molly, wenn Harry zurück in den Fuchsbau kommt in der Nacht der Sieben Potters. Und sie ist erst mal heilfroh, dass Harry zurück ist. Es ist ja auch so, dass schon mehrere Portschlüssel verpasst worden sind und eigentlich schon drei weitere Paare vorher angekommen sein sollten. Und als Lupin dann mit George eintrifft, bemerkt sie ja natürlich sofort, dass mit ihrem Sohn etwas nicht stimmt. Und Molly ist total voller Sorge und panisch, aber sie kann ja dann die Blutung an Georges Ohr stoppen. Beeindruckend. Das ist mega beeindruckend, weil das ja so ein dunkler Fluch ist, vor allem von, das ist ja dieser Snape-Fluch, Sektum Sempra. Eben, und das kennen wir eigentlich bei Draco, dass das eben nicht so leicht zu stoppen ist. Wollte ich gerade sagen, und da musste ja extra Snape kommen. Das ist schon ziemlich interessant, dass sie da auch so ein Gespür für so dunkle Flüche hat. Also ganz interessant. Aber vielleicht ist es auch einfach dieses Adrenalin und dieses doch Löwenmutter sein und alles geben und das ist mein Sohn und das ist jetzt nicht sein Ende. Wobei, ne. Ich finde es eh krass, weil das ist eine total undankbare Aufgabe, die sie hat. Sie muss den ganzen Abend zu Hause warten und das ist so eine Ungewissheit. Also es muss ganz, ganz schrecklich sein und ja, George scherzt dann ja noch so von wegen, naja, endlich kannst du uns auseinanderhalten und so. Aber im Grunde ist sie ja einfach nur froh, dass alle ihre Kinder und Arthur und Harry natürlich noch leben. Ja, und sie weint ja auch die ganze Zeit und ist total am Wasser getragen, die ganzen nächsten Tage. Das ist aber natürlich auch mit sehr viel Stress verbunden die nächsten Tage, weil die Hochzeit ja ansteht. Das ist natürlich auch etwas Schönes, aber ja, natürlich auch viel Vorbereitung und die Gelegenheit nutzt sie, um das Trio ja so ein bisschen zu trennen und sie daran zu hindern, ihre Reise zu planen, weil sie die an verschiedenen Orten immer einsetzt, um das Haus auf Vordermann zu bringen. Ja, und dann steht ja auch schon Harrys Geburtstag vor der Tür und sie hat etwas ganz Besonderes für ihn, denn sie schenkt ihm die Uhr, die mal ihrem Bruder Fabian gehört hat, weil es in der Familie Weasley so Tradition ist, dass wenn man 17 wird, eine Uhr geschenkt bekommt und das ist natürlich sehr interessant, weil das ja eine sehr wichtige Uhr für sie sein muss, nehme ich an, dass Harry die bekommt. Und sie spielt das ja so ein bisschen runter und sagt so, ja, sie ist zwar benutzt und second hand und so, aber eigentlich ist das ja ein Erbstück, also ein Familienerbstück und das ist ja was voll Besonderes, dass sie das nicht einem Sohn vermacht, sondern Harry eben und Harry ist ja auch total gerührt und dankbar über dieses Geschenk und mega cool finde ich auch die Torte, die sie backt, so ein Schnatzkuchen. Deshalb habe ich vorhin gesagt, dann soll sie so einen Backshop aufnehmen. Ja, genau. Mega cool. Mega cool. Ja, und dann reißt ja auch Charlie an diesem Abend an und dann hat sie wieder so einen übergriffigen Moment, da befiehlt sie ihm ja, sich auf den Stuhl zu setzen und dass sie ihm jetzt die Haare schneidet. Das ist so krass. Das macht sie ja auch irgendwie so mit Magie, rückt sie den Stuhl oder so zurecht. Also richtig, das ist ein erwachsener Mann. Ja. Das kann ihr doch egal sein, wie der rumläuft. Also irgendwann finde ich, kann man das durchaus auseinanderhalten und kann man sich mal abkoppeln und sagen, ja, das ist mein Sohn, der sieht komisch aus, aber der will so aussehen. Kommt damit klar oder auch nicht? Also das ist, was ist denn ihr Problem, dass sie da immer so auf Äußerlichkeiten geht? Verstehe ich auch nicht. Sie ist ja überhaupt nicht materiell oder unterwegs oder sucht so Prestige oder versucht da irgendwie vor anderen Leuten jemandem zu sein, in der sie nicht ist. Ja doch, wahrscheinlich schon, weil die Delacours da sind und sie ist da ja auch sehr bescheiden, das muss man ja vielleicht mal positiv sagen, weil sie lässt die Delacours ja im Schlafzimmer schlafen und selber und schläfen sie und Arthur auf der Couch im Wohnzimmer und ich könnte mir vorstellen, dass es für die Delacours eben alles perfekt sein muss. Ja, ich weiß nicht. Während der Hochzeit sitzt sie dann ja neben der Mutter von Fleur und beide heulen Rotz und Wasser. Also das ist eine quasi Delacour-Weasley-Vereinigung und später dann wird die Hochzeit ja von den Todessern überrannt und sie sind gezwungen, den Fuchsbau zu verlassen und zu Tante Muriel zu ziehen. Genau. Ich habe da noch mal eine Frage. Es fängt ja jetzt ja noch das neue Schuljahr an. Wir wissen, Snape ist offenbar der Mörder von Dumbledore und sie schicken Ginny trotzdem noch nach Hogwarts. Da sind immerhin auch Todesser auf die Schüler angesetzt. Die Carols sind jetzt nicht so super unbekannt. Da sind ja so diese Folterzwillinge ja da. Dann denke ich mir so, ich würde sie zu Hause lassen. Scheiß auf Karriere. Ja eben und Ginny ist ja auch wieder, sage ich mal, nur ein Mädchen. Der würde Molly wahrscheinlich eh keine große Karriere im Ministerium erwarten. Bei der wäre es auch okay, wenn sie einfach nur Mutter wird. Ja super. Ja. Also ich finde es ganz merkwürdig. Sie hat sonst immer Angst. Ginny darf nicht in Pyramiden reingehen, ja. Aber dann sie so von Tod erst dann unterrichten lassen. Ja genau. Und vor allem, eigentlich müsste sie doch wissen, dass Ginny auch in der DA ist. Also das müsste doch rauskommen. Dann könnte sie sich doch wissen, dass ihre Tochter auch so ein kleiner Rebell ist und irgendwie, jetzt ist das siebte Schuljahr von Harry and Ron, dann ist sie im sechsten, dass sie da so auch Hummeln im Hintern hat und nichts auf sich sitzen lässt und sich nicht alles gefallen lässt. Das hätte sie sich doch überlegen können. Ja das zeigt sich ja auch jetzt schon bei der Schlacht, weil Ginny ja unbedingt mitkommen möchte und auch unbedingt mitkämpfen möchte und dann wird das ja gerade so entschieden, dass sie zwar mitkommen darf, aber im Raum der Wünsche bleiben muss und ja auch nur, weil Ginny so stur ist, weil Molly ja eigentlich sagt, nee du bist minderjährig, du bist auf keinen Fall dabei und dann ist das ja so eine Art Kompromiss. Auch Molly hat ja eigentlich bisher an keinem Kampf teilgenommen, aber ja es ist natürlich sehr gut, dass sie bei dieser Schlacht dabei ist, weil wir, wie sie wissen, ist sie ja sehr unersetzlich später. Genau. Aber während der Schlacht von Hogwarts schließt sie ja dann noch mit Percy Frieden, also mit der ganzen Familie eigentlich, also das ist so ein kleines Highlight vorab, würde ich sagen, am Anfang der Schlacht. Ja, die Familienversöhnung. Genau. Und im ersten Teil der Schlacht kommt dann ja leider Fred ums Leben. Das wird Molly das Herz rausgerissen haben. Es war vorher schon gebrochen, weil es so viel passiert ist und sie sich immer so viel Sorgen macht, aber jetzt wird es ihr rausgerissen worden sein, weil ein Familienmitglied zu verlieren, ist ihre größte Angst, wie wir wissen. Gleichzeitig ist sie ja trotzdem, trotz dieser Trauer und dem ganzen Schmerz, ist sie ja immer noch voller Sorge um den Rest der Familie, weil es ist ja noch keiner sicher zu diesem Zeitpunkt. Und im zweiten Teil des Kampfes kommt es ja dann zu dieser berühmten Szene, die du gerade schon angesprochen hast, in der Molly sieht, wie Bellatrix Lestrange Ginny versucht anzugreifen und Bellatrix eben Molly als Gegnerin nicht sonderlich ernst nimmt und sie stürmt ja dann noch auf Molly zu und macht sich lustig und provoziert Molly total, richtig leichtsinnig eigentlich und ja, dann tötet Molly Bellatrix mit dem Todesfluch. Genau. Und ich glaube halt auch wirklich, dass dieser Schicksalsschlag, dass auf der einen Seite Freds Tod, aber auch Persys Wiederankunft in der Familie, dass es ihr so viel Kraft gegeben hat und sie ist nicht jemand, die dann heulend in der Ecke sitzt und nicht mehr kann, dass sie so zusammenbricht, weil es wird schon sehr, sehr schlimm beschrieben, wie sie da heulend über Freds Brust hängt, aber sie nutzt eben dann diese Trauer und diese Wut, die sie hat, um neue Energie zu schöpfen, weil sie halt diesen Kampf gewinnen will, weil sie nicht möchte, dass Fred umsonst gestorben ist und deswegen, glaube ich, hat sie diese unglaubliche Power auch, um Bellatrix zu besiegen. Sie recht ja mit, damit ja auch die Longbottom Series und auch Tongs, die ja von Bellatrix entweder bis zur Verrücktheit quasi gefoltert worden oder getötet worden sind und das, finde ich, ist einfach nochmal so ein Ordensbeweis. Wenn sie noch nie so richtig in den Orden eingetreten ist, dann, finde ich, hat sie es mit diesem Moment eigentlich getan, weil Bellatrix eben so ein Endgegner einfach auch vom Orden ist, so ein Direkter. Genau, und auch Voldemort findet das natürlich nicht gut, dass Bellatrix umgebracht wurde und er möchte dann ja auch wiederum Molly töten, aber Harry beschützt sie und daraufhin kommt es ja zum finalen Battle von Voldy und Harry. Genau. Wir wissen, Harry gewinnt und später wird Molly dann, nachdem sie Harry quasi nochmal umarmt hat und ich weiß nicht, wann das Glück wünsche, merkwürdig, aber gut, später wird sie dann ja mit den anderen Familienmitgliedern an der großen Halle gesehen, wo sie zusammensitzen und wahrscheinlich einfach versuchen, das Geschehen da ein wenig zu verarbeiten und ein bisschen Luft zu schnappen. Und füreinander da zu sein, glaube ich, das ist ja auch wichtig und das ist ja auch das Schöne daran, dass die Weasleys eben so eine große Familie sind, weil sie sich ja gegenseitig auch sehr viel Trost immer schenken können. Genau. Nach der Schlacht wissen wir natürlich, dass Molly sehr, sehr viele Enkelkinder bekommt. Genau diese große Familie macht sie ja auch sehr glücklich und es ist ja auch das, was sie sich gewünscht hat und auch wenn der Tod von Fred für den Rest ihres Lebens natürlich sehr schwer über ihr schwebt und sie belastet, weil ich glaube, es gibt als Mutter wirklich nichts Schlimmeres, als wenn dein Kind vor dir stirbt. Denke ich auch. Vor allem halt noch in so jungen Jahren. Eine schöne Sache gibt es auch noch, Percy hat seine Tochter Molly getauft, also er bekommt zwei Töchter und eine davon ist Molly und das einfach nochmal, eigentlich, jetzt ist wieder, habe ich mich eh schon gefragt, wie du das findest, weil sie jetzt auch schon so ein bisschen ein schnulziges Ende mal wieder hat. Aber ich finde Molly ist ein süßer Name, das ist jetzt nicht so ein Severus. Okay, gut. Ich war so ein bisschen skeptisch, ob du dieses, dieses In-der-Schlacht-Wiedervereinigungs-Moment wo du so sagst, Ja, das ist natürlich schon heavy, klar, aber ich finde auch, also das finde ich dann schon wieder okay, weil erstens passt es zu Percy, so ein bisschen dieses Wichtigtuerische, ich nenne meine Tochter so wie meine Mutter, aber dann auch natürlich auch vielleicht so ein bisschen Reue drin versteckt, wie er seine Mutter zeitweise behandelt hat. Ich sehe da die Reue hauptsächlich, muss ich sagen. Ja, nee, ich finde das okay. Ich habe mir zum Schluss noch was zu Molly überlegt. Ich finde nämlich, unterm Strich ist sie schon eine Powerfrau. Sie bekommt ja Kinder im Ersten Krieg und sie muss ja dann irgendwie in diesen unsicheren Zeiten versuchen, einen sicheren Platz zum Aufwachsen zu finden. Ich habe das irgendwo im Internet gelesen, war so fast in Tränen nahe, wie man sich vorstellt, dass sie mit Bill und eventuell Charlie am Grab ihrer Brüder steht und nie so richtig in Trauer ausbrechen kann, weil sie eben immer stark für ihre Kinder sein möchte und das eben sich selber da so zurückstellt, das bricht einem doch irgendwie ein bisschen das Herz, muss ich sagen. Ich finde es richtig schlimm. Aber sie gibt ja auch nicht auf. Also sie und Arthur bringen ihre Kinder ja auf einen total guten Weg unterm Strich und ohne diesen Blutreinheitsgedanken und ja, mit Vorurteilen, die diese Zaubererwelt halt hat. Aber man muss auch dazu sagen, dass ihre Kinder gar nicht, also dass die viel belehrbarer noch sind als Molly und Arthur. Ja, nicht so versteigt. Genau. Ist halt eine neue Generation und das akzeptieren die ja auch. Eben. Und das ist sicherlich kein einfaches Leben, eben auch, weil das Geld immer knapp ist. Molly wird ja trotzdem auch hin und wieder wirklich müde und erschöpft sein und dennoch denkt sie ja niemals ans Aufgeben und kämpft bis zum Schluss und dann sogar richtig und gegen Bellatrix Lestrange wie eine Löwin. Und ich sage das mit der Löwin wirklich oft, weil ich immer denke, weißt du, Löwen bekommen viele Kinder und die leben in seinem Rudel und versuchen das zusammenzuhalten und manchmal notfalls auch mit einem Besenstiel, weißt du, so ein bisschen Gewalt. Bei Löwen ist ja auch nicht immer nur Kuscheln. Und deshalb ist sie für mich irgendwie auch eine Löwen-Mama. Ja, und sie ist natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Person für Harry, also eine Ersatz-Mutterfigur sozusagen. Und sie meint es ja immer gut, also niemand ist perfekt und dieses Beschützende, was sie hat, das ist manchmal vielleicht ein bisschen viel. Sie steigert sich da ja echt sehr schnell rein, aber sie meint es letztendlich ja immer nur gut. Und ich wiederum, und das ist eigentlich auch sehr kitschig, aber ich finde dieses Bild immer sehr schön, dass sie eines Tages Lilly im Zaubererhimmel trifft und Lilly sich eben bedankt dafür, dass Molly immer so gut auf Harry aufgepasst hat. Und dann Molly sich wiederum bedankt, dass Lilly sich im Himmel um Fred gekümmert hat. Oh, das Antonia, ich heule. Das ist voll traurig. Das ist wirklich traurig. Ich habe Tränen in den Augen. Das ist wirklich schön. Ja, ich weiß, als ich das aufgeschrieben habe, habe ich auch so sop, sop, sop. Das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Oh Mann, kann da mal einer irgendwie so ein Bild so malen? Kann einer von euch malen, der so Molly und Lilly mit den Söhnen und so vereint? Ja, das ist wirklich schön. Ja, das ist doch noch ein trauriges Ende geworden. Sorry. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge und wir hoffen, euch hat die Folge zu Molly gefallen. Ja, bin ich gut. Tschüss. Ciao. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Außer sie... Ach so, ich dachte, du wolltest noch was zu... Ach, die ganze Zeit so... Warum macht es sich so unnötig spannend? Ich wusste jetzt nicht, wie es weitergeht. Nee, ich auch nicht. Sehen ja auch aus wie Geschwister. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was das heißt. wie es soll. Viel Spaß beim Schneiden übrigens. Wir haben, wie es bei mir hier steht, Perry, aber Percy vergessen. Wir haben bei Charlie aufgehört und dann haben wir das gehört. Aber ich habe eben schon mal angedeutet, dass sie zwei, drei Kinder hat. Wir ignorieren Percy einfach weg. Sonst gibt es den nicht. Der ist eh ein Arsch. Ja, Percy ist auch noch da. Ja, gut, die kommen auch Schlag auf Schlag, du, ja. Da kann man auch schon mal einen irgendwie vergessen. Weiß ich jetzt nicht, ob du damit was anfangen kannst. Doch, doch. Das ist noch mal so ein Hinweis auf Harry. Danach kannst du das nämlich machen. Das macht nämlich, ja. Ich bin da ganz flexibel. Ja, wo ist mein Übergang? Mir fehlen doch immer die Worte für sowas. Ich bin ja nicht flexibel genug. Ich habe gerade noch gesagt, wie flexibel ich bin, ne? Wer gibt das denn? Ja, ne? Ja. Du hast sehr oft Sohn gesagt, aber sonst. Ich habe nämlich geschrieben, Harry ist für Molly auf jeden Fall eine Mutterfigur. Harry ist für Molly eine Mutterfigur? Das ist halt falsch rum aufgeschrieben. Deshalb war ich hier so ein bisschen am hadern, weil ich in meinem Kopf das versucht habe, anders zu sagen, während meine Augen die ganze Zeit nur das gelesen haben. Das ist ja geil. Aber ja, ich bin auch bei Harrys Schuljahren. Neville's Schuljahren, wie ich letztens hatte. Ja, und vor allem gibt Mülli. Mülli. Ja, okay, ich verstehe den Punkt mit dem Zersplintern, aber ich würde das trotzdem tun. Ich bin da konsequent. Scheiß, scheiß auf das Blahre. Das ist ja geil, ob das Kind einen Arm weniger hat oder nicht. habe ich halt zwei Kinder. Wieso? Weil das halbiert ist oder was? Genau. Ja. Und ich meine, sie waren ja jetzt irgendwie vor zwei Jahren dann schon in Charlie. Bitte was? Ja, und sie würde zur Not auch Ron opfern, damit Harry überlebt. Ach Gott, das finde ich jetzt, das unterstütze ich jetzt aber nicht. das war nur Spaß. Aber ich denke, dass sie es einfach so neben sich her schweben lässt. Da stört die Bücher so, mit so kleinem Rauch unter den Büchern. Ah ja. Und ja, also ich bin fertig. Achso. Manchmal macht das einfach nicht so viel Sinn, wie man. Ja, ich verstehe das, wenn man nochmal sagt und. genau. gibt's gar kein Hund. Natürlich nimmt Molly dann ebenso wie ihr Mann und die anderen Kinder, die anderen Kinder? Also das wäre ihr Mann auch ein Kind. Creepy. Jetzt geht die Scheiße schon wieder los. Ich weiß auch nicht, wir müssen uns mal was aufschreiben. und diese Folge ist jetzt vorbei. Wir finden toll, dass ihr wieder dabei wart. Happy Thanksgiving. Ich habe keine Ahnung, was sagt man? Du kannst nicht nur schweigen. Warte, ich überlege noch was richtig Gutes. Das ist was richtig Gutes. Ich muss das Tschüss immer am Ende machen.